Sie kennen das Tagblatt, allgemein bekannt. So, da ist heute auf Seite 3 ein Beitrag, Hauptsache Schule. Seht ihr, so lese ich Zeitung. Den Artikel hier drunter habe ich überklebt mit meinen Kommentaren. Da wird zum Beispiel zitiert, der von Hentig, Auftrag der Schule sei, Dinge klären, Menschen stärken. Marvin Mavacollins sagt, erst die Menschen stärken, dann die Dinge klären. Das fand ich interessant. Dann, dass die St. Gallener mehr Stunden zur Schule gehen, aber noch immer nicht genug für die Bildungsfernerin. Dann wird hier zitiert, der US-Ethnologe Richard Sennett, dessen Buch die Kultur des neuen Kapitalismus, die Symptome der neuen Welt beschreibt. Unter anderem den raschen Wandel, die hohe Flexibilität, die Fragmentierung, Module statt Strukturen, Beständigkeit, Wertesicherheit etc. Ist nichts Neues, aber hat er vielleicht ganz originell beschrieben. Interessant finde ich, dass dieser Artikel insgesamt so gut wie gar nichts aussagt. Er redet über sechs Thesen. Ihres LCH, ist sicherlich der Lehrerverband in der Schweiz. LCH, also wie Loch ohne O. Da wird also gesprochen von sechs Thesen. Dann wird die sechste zitiert. Die erste und die zweite werden angedeutet. Die dritte und vierte werden nicht einmal richtig angedeutet. Die fünfte gibt es überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, der Dieter möchte mal schauen, ob er das im Internet findet. Da hat er dann fünf Thesen über was anderes gefunden von demselben Lehrerverband. Aber nicht die sechs Thesen, die wir gesucht haben. Ist sehr spannend. Also insgesamt ist es Zeitvergeudung. Da hat man dann das Gefühl, eine ganze Seite und was man da alles lernt. Also wenn Sie aktiv ABC-Listen machen, dann merken Sie, wo Sie nichts lernen, weil Sie nichts lernen, weil nichts drin war. Dann halten Sie sich nicht für doof. Neurologie. Wir haben noch zwei ganz wichtige neurologische Sachen. Wir haben BDNF und wir haben Reha. So. Und dann machen wir zuerst Folgendes. Ein weiteres Experiment von Frau Dweck. Ich habe die Reihenfolge wieder mal umgestellt und dann muss ich mich mal kurz orientieren. Und wenn ich die ganze Zeit signiere, habe ich keine Zeit, mich zu orientieren. Sie sehen. Die Dweck hat ein weiteres sehr interessantes Experiment gemacht. Sie hat lauter Lehrern eine Beschreibung gegeben einer Schülerin, Namen, und dass sie in Mathematiknote 3 hat. Das war als Mathematiklehrer. Und die Beschreibung war so ein bisschen, Sie kennen das von astrologischen Beschreibungen, wo im Grunde viele Worte gemacht werden, aber nichts ausgesagt wird. Und dann hat sie die Lehrer gefragt, wie sie diese Schülerin jetzt quasi handhaben würden, wenn die in ihre Klasse käme. Wie sie mit ihr umgehen würden. Und die haben alle lustig drauf losgeschrieben, wie man jetzt didaktisch mit dieser Schülerin zu verfahren hätte. Alles laut Lehrbuch da, diesen ganzen Scheiß. Keinem ist aufgefallen, dass sie überhaupt nichts weiß über das Mädchen außer ihren Namen und dass sie in Mathematik eine 3 hat. Bis auf eine Person, die sich beschwert hat und gesagt hat, was ist denn das für eine scheiß Prüfungsaufgabe hier. Ich weiß doch gar nichts über die Schülerin. Ich kann doch diese Aufgabe gar nicht bewältigen. Das war eine auf der dynamischen Seite. Die sagt ja, die Schüler können entwickelt werden, also muss ich doch viel mehr wissen, um den Standpunkt zu kennen, von dem ich sie wegentwickeln möchte vielleicht. Und die meisten Lehrer haben das überhaupt nicht gemerkt. So, jetzt sind wir mal beim ersten Eindruck. Jetzt nehmen wir an, die Schülerin kommt in ihre Klasse rein und hat irgendein Zeugnis oder irgendwas. Und sie haben jetzt einen ersten Eindruck. Wie akkurat ist der eigentlich? Wir kommen jetzt dann gleich zu diesem Sprungbereitzer. Jetzt zeige ich Ihnen was, was den ersten Eindruck angeht. Das ist also unerhört. Da können wir vielleicht ein bisschen, kennen wir die Lichter, können wir etwas dunkel machen, ausnahmsweise? Machen wir sonst ja nicht, aber hier schon. Haben Sie von Susan Boyle gehört? Wer hat es gesehen? Doch, einige von Ihnen. Wer hat es nicht gesehen? Gegenprobe? Ach, doch, die meisten. Also gut. Wir zeigen es Ihnen jetzt. Es ist bei YouTube. Sie können da noch mal gucken. Also wir sehen die Dame in einem Talentwettbewerb. 47 Jahre alt. Wir sehen, dass sie am Anfang von allen ausgelacht wird. Sie wird zum Beispiel gefragt, was sie sich vorstellen kann, so Traum ihres Lebens. Ja, sie möchte Sängerin werden und in welcher Art. Ja, dann nennt sie irgendwelche Popsänger, die also unerhört bekannt und so weiter sind. Ich kenne mich da weniger aus. Und dann geht also schon quasi gestöhnt durchs Publikum. Wie kann diese dumme Gans sich einbilden, je wie so jemand zu singen und so weiter. Ja, bis sie dann zu singen anfängt. Und dann haben sie Gänsehaut von der ersten Sekunde. Wobei das Publikum sehr flexibel war. Das sind ja Engländer. Die waren flexibler, als wir Deutsche gewesen wären. Die haben das sehr schnell gemerkt. Und haben dann sofort umgepolt von Ausbuhen und Auspfeifen und Auslachen auf voller Bewunderung. Unglaublich. Die sind dann aufgestanden und standen die meiste Zeit. Die drei Juroren sind an einer Stelle aufgestanden. So erstaunt waren die. Das wollen wir Ihnen gerne zeigen. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Also das ist beeindruckend. Wenn Sie wieder mal glauben, Sie haben den ersten Eindruck von jemandem, denken Sie noch mal. Es muss erst zurückgeholt werden. Und dann war es sehr interessant. Die Juroren haben hier eine Reihe von Komplimenten gemacht. Nach dem Motto, wir haben Sie völlig falsch eingeschätzt und so weiter. Und sie ist aber vom Typ Asperger. Das gehöre ich auch dazu. Das ist ein milder Autismus. Und sie ist ein bisschen stärker betroffen als ich. Das heißt, sie nimmt Dinge sehr wörtlich. Ich verstehe die Nuancen besser als zum Beispiel Sie. Und die hat gar nicht mitgekriegt, dass man ihr, wenn Sie das bei YouTube nochmal genau anschauen, den ganzen Teil, der danach kommt, der dauert nochmal so lange wie das hier. Dann merken Sie, dass die phänomenale Komplimente machen. Und sie steht da und versteht das nicht wirklich. Bis sie dann am Ende ihre drei Ja kriegt. Dann springt sie vor Freude auf und ab, weil sie jetzt erst begreift, dass sie es geschafft hat. Hochinteressant. Hochinteressant. Sehen Sie, und diese Frau ist auch eine Illustration eines wichtigen Faktors für Erfolg. Nämlich des Faktors F. Wir haben hier so ein Kawa, das lege ich dann gleich auf. Also das F steht für Fleiß. Und ein gewisser Eriksen hat Studien gemacht und hat immer wieder nachgewiesen, dass Leute, die in die Top-Gruppen gehören, die haben bei komplizierten und komplexen Verhaltensweisen, wie Klavierspülen, Geigespülen, sowas, haben die in der Regel ihre 10.000 Stunden geübt gehabt. Okay. Und diese Frau hat sich immer getröstet, wenn man sie nicht akzeptiert hat und nicht respektiert hat. Mit Karaoke, das war sozusagen, damit hat sich jemand zurückgezogen. Die hat auch ihre 10.000 Stunden geübt. Und deswegen hat die jeden Ton dieses sehr schweren Liedes getroffen. Und darum die Zwischenapplausel. Weil da waren genügend Leute, die sich auskannten, die das schätzen konnten, wo die schwierigen Stellen sind. Da wurde jedes Mal neu geklatzt, wenn sie die geschafft hat. Okay. Das heißt, ohne Üben kommen wir zu gar nichts. Deswegen habe ich Ihnen auch das Picasso-Training gezeigt. Und in der Schule lernen wir das nicht. Das lernen die Kinder aus bildungsnahen Familien, wenn sie ein Instrument spielen oder wenn sie eine Sportart lernen, wie Aikido oder sowas, oder Karate, dass man über Jahre hinweg trainieren muss, um besser zu werden. Warum? Weil Nervenbahnen im Kopf angelegt werden müssen und Nervenbahnen bauen sich nicht über Nacht. Okay. Und das ist der Faktor F. Und darauf sind wir nicht programmiert worden von Lehrkräften, die statistisch weg meinen, man hat es oder man hat es nicht. Die also keine Veranlassung hatten, den Schülern klarzumachen, dass es mit Übung funktionieren wird. Und auch in dem Zusammenhang ist sie zu sehen. Also erster Eindruck zum einen und Üben zum anderen. So, dann zeige ich Ihnen mein Erfolgskava. Sie haben ja selber schon eins gemacht. Wir haben Ernte, das heißt, zuerst müssen wir gesät haben und dann können wir durch Übungen und so weiter letztlich auch ernten. Und wir haben den Faktor F für das F. Wir haben die Formulierung. Das ist vielleicht noch eine interessante Fußnote für Sie. Das habe ich im Management-Seminar ausführlicher gemacht. Wenn Sie einen Plan haben, den Sie erreichen wollen, muss die Formulierung so sein, dass ein Fremder Sie nacharbeiten kann. Dass ein Fremder gemäß Ihrer Formulierung arbeiten könnte. Also zum Beispiel, wenn der Diätberater uns sagt, ja, Sie müssen halt weniger Kalorien essen, als Sie verbrennen. Ja, was sollen Sie damit anfangen? Wissen Sie, wie viel Sie verbrennen? Also selbst wenn Sie Kalorien zählen, ist das keine Aussage, die Sie nachvollziehen können, wenn Sie keinen neuen Grundumsatz machen und nicht wissen, wie viel Sie verbrennen. Dann können Sie das Verhalten überhaupt erst an den Tag legen. Oder wenn der Berater sagt, Sie müssen halt langsam essen, dann sagt der Schnellschlingende, wieso, ich esse doch langsam. Wenn wir aber sagen, Sie müssen jeden Bissen 30 Mal kauen, besser noch 100, dann habe ich eine konkrete Anweisung gegeben, die nachgelebt werden kann. Das zur Formulierung. Leuchtet ein? Sie haben das dann in der Webseite, Sie können das ausdrucken später. So, dann haben wir die Ressourcen. Welche Ressourcen nutzen wir vielleicht noch nicht, wenn wir erfolgreich sein wollen? Das Repertoire, das wir uns erüben. Wir haben die Orientierung, statisch oder dynamisch, das Mindset von Dweck und die anderen, die alle dran gehängt haben. Wir haben McGregor X und Y und wir haben Gehirnforschung, da kommt dann gleich noch was. Eriksen ist der, der diese Studien gemacht hat. So, dann fehlt hier noch die Opportunity. Schauen Sie, Sie kennen das chinesische Wort für Krise, haben Sie sicher schon gehört, besteht aus zwei Zeichen. Das eine heißt Gefahr und das andere heißt gute Gelegenheit. So, und die beiden zusammen ergeben Krise. Und dann haben wir mal Chance nachgeschaut. Frau Krüppel hat das für mich freundlicherweise getan. Und Chance beginnt wieder mit guter Gelegenheit und hat dann ein weiteres Zeichen und das heißt Handeln. Ja, wenn Sie nicht handeln, keine Schanze nicht. Sehen Sie, und drum ist das Dekodieren so spannend, weil Sie Einsichten gewinnen, wenn Sie wirklich schauen, was heißt das wortwörtlich, nicht das heißt Krise, das heißt Chance. Dann verstehen Sie nicht, warum dieses Zeichen in beiden auftaucht. Sondern wenn Sie es wortwörtlich Dekodieren, dann ist das Gefahr, gute Gelegenheit, gute Gelegenheit und Handeln. Ja, oder wenn Sie Warde lernen auf Chinesisch, dann hat er angeblich ein dreisilbiges Wort, das heißt Warde, ist alles gelogen. Das heißt Beinbäuchlein. Und wenn Ihnen Bein und Bauch wieder begegnen, verstehen Sie das, weil Sie beim Beinbäuchlein das hatten. Das bringt das Dekodieren. So, ich habe hier noch ein Stichwort aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse Ihnen zu erzählen, wie der Fritz Moliar immer gesagt hat in Österreich. Damit die Österreicher hier auch was kriegen, was auf Sie bezogen ist. Bitte unterhalten Sie sich noch mal kurz mit Ihrem Nachbarn. Warum ist der Weg zur Hölle immer mit guten Vorsätzen gepflastert? Versuchen Sie mal eine Erklärung dafür zu finden. Wo ist mein Timer hin? Hier, das ist der, der immer nicht ruft, wo man ihn sucht. Also, wenn Sie einen Vorsatz fassen, dann tun Sie das mit Ihrem rationalen Gehirn. Also quasi kühl, kalt, nicht? Wir sagen ja auch, die singen Sie cool. So, da fassen Sie einen Vorsatz. Wenn aber Ihre alten Gehirnteile anders wollen, dann werden Sie schwach. Weil das in einer ganz anderen Region ist und im Zweifelsfall die alten Vorrang haben. Die sind circa 450 Millionen älter. Die greifen durch im Zweifelsfall, nicht? Da sind wir noch nicht so weit. So, das heißt, wir müssen, wenn wir einen Vorsatz fassen, uns auch überlegen, können wir eine Gegenmaßnahme miterfinden für den Fall, dass wir schwach werden täten. Dass unsere alten Gehirnteile sich melden. Und das geht viel besser, als Sie vielleicht annehmen würden. Man muss es nur vorher genauso planen, als Teil des ganzen Plans. Das ist jetzt Ariely. Habt ihr den Ariely am Büchertisch? Jetzt sind sie gerade weg, die Hohlensteins. Ariely, habt ihr den? Ariely. Wie Ariely kennen Sie und Y. So, das Buch heißt im Englischen Predictably Irrational, also Voraussagbar Irrational. Heißt im Deutschen Irgendwas mit Denken ist gut, nützt aber nichts oder so ähnlich. Also, der Mann sagt, nehmen wir zum Beispiel, oder wir haben noch ein anderes Buch, da kommt auch ein sehr gutes Beispiel. Wir haben einen Businessman, der unbedingt seine Figur halten will. Und er sagt, er hat nur ein Problem bei Business-Essen. Normal hat er keins. Aber bei Business-Essen, er würde eigentlich Steak und Salat oder so, und dann fängt der andere an mit Gulasch, und der nächste mit Spaghetti, Cavanara und so weiter. Naja, dann wird er halt schwach. Und da hat diese anderen Autoren, das sind die Bravman Brothers in dem Buch Sway gewesen, die haben gesagt, ja mei, er muss erstens als erstes bestellen, dann kann ihn das nicht kümmern, was die haben, weil ein Mann ändert ja seine Meinung dann nicht. Für eine Frau brauchen wir eine Zusatzstrategie. Und er bestellt sein Steak und Salat, und wenn eine Frau das isst, dann braucht sie eine Zusatzstrategie, weil wenn sie dann die anderen Sachen hört, dann sagt sie, ach ja, das nehme ich auch, Herr Ober, ich nehme auch das Gulasch. So, also die Frau sollte sich dann zum Beispiel mit ihrem Handy beschäftigen, ja, SMS-e checken oder was, dann ist sie abgelenkt, oder vielleicht kurz auf das Örtchen gehen, nicht, Sie wissen schon, dann kriegst du es gar nicht mit, dass die anderen Gulasch und diese tollen Sachen bestellen. So, auf die Weise ist dieser Impuls, sich dann von den anderen verleiten zu lassen, der ist abgeschnitten. Und der Ariely hat ein sehr schönes Beispiel, er sagt, diese Jugendlichen, die jetzt den Führerschein haben, die bauen ja unglaublich schlimme Unfälle in Amerika. Das ist also ein ganz schlimmes Kapitel, wie viele Leute die totfahren. Und wenn man mit ihnen redet, dann meinen sie, sie halten sich für sehr rationale Fahrer. Ja, sie können sich gar nicht vorstellen, dass sie nicht okay fahren. Und dann hat er gesagt, dann machen wir doch eine Strategie aus mit ihnen, und da sie ja glauben, sie fahren rational, sind sie unerhört bereit zu dieser Strategie. Also zum Beispiel, er sagt, wenn ein Jugendlicher alleine im Auto ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls bereits um mehr als 100 Prozent höher, als wenn ein Erwachsener alleine fährt. Sind die zu zweit, werden das 160 Prozent, sind die zu dritt, wird das also unglaublich viel, wenn die da rumkrakehlen und so weiter, und diese laute Musik spielen, weil die reißen ihn dann mit die anderen. Und dann will er natürlich angeben, und dann ist er voll in diesem Komplex da drin, und dann so. Also hat er gesagt, okay, erste Regel, haben Sie ein GPS-System? Also manche der GPS-Systeme, die blinken ja schon, oder die tuten ja schon, wenn sie zu schnell fahren. Also mein TomTom, das piepst dann, nicht? Und er sagt, dieses Signal kann man umleiten und woanders hinleiten. Man könnte jetzt zum Beispiel das rüberleiten, also er hat ja meistens laute Musik, dass die Musik mit einem Schlag weg ist zum Beispiel. Oder, dass die Musik auf klassische Musik ändert. Er sagt, nichts holt ihn schneller runter, als klassische Musik. Und wenn er mehrfach heftig gebremst hat, dann ist auch klar, dass die Fahrweise momentan nicht die optimale ist. Dann könnte sein Handy mit Freisprechanlage eine vollautomatische Verbindung herstellen zur Mama. Und dann ertönt Mamas Stimme. Na Junge, wo bist du gerade? Was machst du gerade? Er sagt, nothing turns him down faster, than mother's voice. Das wären sehr gute Gegenmaßnahmen, die wir vorher einleiten. Der junge Mensch ist dazu bereit, weil er meint, das wird nie passieren. Der ist dann höchst erstaunt, wie oft seine Musik plötzlich weg ist. Damit hat er gar nicht gerechnet. Also das heißt, wenn Sie einen Plan haben, wenn Sie einen Vorsatz haben, schauen Sie, ob Sie Gegenmaßnahmen, dann werden Sie schwach. Und dass Sie für die schwache Situation eine Gegenmaßnahme planen, von Anfang an, dann ist das Teil Ihrer Strategie. Dann haben Sie eine viel größere Chance. Er sagt, Pläne werden kalt geschmiedet und werden heiß durchbrochen. Deswegen, der Weg zur Hölle mit, Hölle ist heiß, mit guten Vorsätzen gepflastert, der Volksmann hat es schon wieder erfasst. So, dann haben wir die Informationsflut. Jetzt passen Sie gut auf. Ein Fisch lebt im Wasser, das ist sein Lebenselixier. Und ohne Wasser ist nichts. Wenn Sie jetzt ein Fisch wären, würden Sie lieber in einem Ozean wohnen oder in einem Fluss wohnen oder in einem Teich wohnen oder in so einem Fluss irgendwo in Afrika, der jedes Jahr so eintrocknet, dass nur so ein paar Tümpel übrig bleiben und dann versuchen Sie, in den Tümpeln zu überleben, bis der nächste große Regen kommt und wieder einen Fluss draus macht. Wo hätten Sie es denn lieber? Also würden Sie lieber mit viel Wasser wohnen, nicht? Klar. Und so wie das Wasser das Lebenselixier des Fisches ist, ist Info das Lebenselixier des Menschen. Und der Mensch hat früher in Informationstümpeln gewohnt. Jedes Dorf ein Informationstümpel. Und wenn dann Fremde daherkamen, da haben sie einen Scheiß erzählt. Ja, da gibt es so weißes Zeug, das liegt da überall rum. Und da bauen die Häuser. Ach, red doch kein Scheiß, so ein Lügler und so weiter. Können Sie sich gar nicht vorstellen, was die von anderen Teilen der Welt erzählt haben. Heute sind wir globales Dorf, Internet und so weiter. Heute bekommen wir alle diese Informationen. Heute wissen wir, das gibt es wirklich. So. Bei Ihnen sogar tatsächlich leibhaftig hier. Das heißt also, wenn wir begreifen, dass wir in einem Informations-Ozean drin sind, dann ist doch völlig klar, dass wir nicht alles wissen können. Stellen Sie sich mal vor, alles, was Sie wissen, wäre ein Schluck, den Sie trinken müssen. Also können Sie den Ozean doch nicht austrinken. Das ist doch völlig klar. Also müssen wir aufhören, den Kindern in der Schule den Eindruck zu vermitteln, dass man alles wissen muss. Und dass Nichtwissen schlimm ist. Nichtwissen ist die Norm. Nur je mehr Wissen da ist, geht der nicht aus. Sonst hätte ich da den Deckel zu gemacht. Okay, Dankeschön. So. Jetzt ist er wieder da, ne? Dann rauscht er auch nicht mehr. Dankeschön. Warum tut er noch? Aha. Genehmigt. So. Also erstens, wir können nicht alles wissen. Zweitens, wenn wir Informationen suchen, je mehr Wissen da ist, desto besser können wir was finden. Also ist das ja wunderbar. Drittens, damit Sie Ihr Leben lang kein Problem mehr haben. Es gibt drei Kategorien von Wissen. Das hier ist wertvoll, wesentlich. das hier ist Infomüll. Das hier ist Infomüll. Kreuzworträtselwissen. Das hier ist eine andere Kategorie. So, hier und hier müssen Sie aufpassen. Hier, Sie können nie zu viele wesentliche Informationen haben. Das gibt's nicht. Wesentlich definiere ich nach Professor Davies, der gesagt hat, eine Information ist dann wesentlich, wenn sie uns etwas über das Wesen der Sache sagt, über die wir gerade reden. Und Neil Postman, der unter anderem geschrieben hat, wir amüsieren uns zu Tode, hat gezeigt, dass die meisten Nachrichten, die wir in den Medien als Nachrichten serviert bekommen, keinerlei Nachrichtenwert haben. Sie sind nicht Newsworthy. Sie sind nicht wert, eine News zu sein. Und er sagt, wann hat eine Nachricht Newsworthy, wann hat sie den Neuigkeitswert? Den hat sie, wenn sie in der Lage wäre, meine Einstellung und oder mein Verhalten zu verändern. So, denken wir mal darüber kurz nach. Also, wenn Sie wieder einen Autobahnunfall sehen, bei Nebelunfall gewesen, das ist weder wesentlich, noch Newsworthy. Die brennende Lagerhalle ist weder wesentlich, es wäre nur wesentlich, wenn es Ihre eigene wäre, das erfahren Sie auch ohne Nachrichtensendung. Sie ist auch nicht Newsworthy. Sie erleuchtet sie in keinster Weise. Die meisten Nachrichten sind weder noch, auch was in der Zeitung drin steht. hier, Ihr Tagblatt heute. Seite 1. Seite 8. Boris Becker hat geheiratet. Da tun mir die Bäume leid, die dafür sterben müssen. Ich meine, ich mag Boris Becker, aber so ein großes Bild und so viel alberner Text drumherum, ich war so aufgeregt, Großmutter zum Trauplatz, naja, das ist nicht wirklich Nachrichten, wissen Sie. So, wenn wir also wieder einen Autobahnunfall haben, er wäre wesentlich und er wäre Newsworthy, wenn Sie erfahren würden, zum Beispiel, warum die Leute bei Nebel zu schnell fahren. Das erfahren Sie aber nicht. Möchten Sie es gerne wissen? Ja, sehen Sie. Sie haben ein Gefühl für Geschwindigkeit aufgrund dessen, was seitlich, peripher in Ihrem Auge vorüberflitzt. Deswegen haben wir diese Barken da an der Autobahn. Drum baut man die. und wenn Nebel ist, flitzt nichts. Bei dicker Nebelsuppe flitzt nichts und darum fahren Sie zu schnell, weil hier nichts flitzt. Also tun Sie zwei Dinge. Erstens öffnen Sie das Fenster ein bisschen, die Kühle hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren und zweitens, schauen Sie regelmäßig auf den Tacho und dann merken Sie, dass Sie 90 fahren und nicht 50. Sehen Sie, das ist wesentlich, es sagt etwas über das Wesen von Unfällen bei Nebel aus, warum die Leute zu schnell fahren. und es ist Newsworthy, denn es könnte Ihr Verhalten oder Ihre Einstellung verändern. Wenn Sie wieder mal von einem hören, der bei Nebel zu schnell gefahren ist, sagen Sie, nicht so ein Arschloch, sondern der hat es halt nicht gewusst. Der hat wahrscheinlich gemeint, er fährt 60, als er mit 110 über die Autobahn gerast ist. Er hört ja nichts. Er hört nichts, er fühlt nichts, das wird alles gedämpft und nichts flitzt vorbei. Ist das spannend? Die Österreicher haben Punkte, die sie auf die Autobahn malen, große Punkte, damit was vorbeiflitzt. Das ist sehr hilfreich. Okay, also wesentliche Information, Kategorie 3, können Sie nie genug haben. Sind wir uns einig, das ist nicht die Informationsflut, in der Sie ertrinken. Ertrinken tun Sie hier und hier. Das hier ist Update. Wenn Sie bedenken, wie oft Software upgedatet wird, also jedes vierte, fünfte, sechste, siebte Mal wäre vielleicht notwendig, die anderen dazwischen sind nur, um Geld zu verdienen. Also ich habe mein GPS-System, das eine im Auto, das ist jetzt ein Jahr alt. Jedes Mal, wenn ich das anmache, steht da drauf, Ihre Karte ist älter als zwölf Monate, muss ich erst draufklicken. Das ist eine absolute Frechheit, das ist einfach Werbung. Die wird so lange gemacht, bis die glauben, dass es mir zu blöd wird. Ich stelle mich darauf ein, dass ich einmal mehr drücken muss und damit hat sich der Fall. Das ist noch lange kein Grund für mich jetzt upzudaten. Wenn Sie am Computer updaten, dann haben Sie eine Menge neuer Programme, eine Menge neuer Befehle, die Sie meistens nicht brauchen. Aber ein paar Sachen sind verrutscht und sind nicht mehr so, wie Sie sie kennen. Und es dauert in der Regel, früher hat es in der Regel vier, fünf Wochen gedauert, bis die Treiber mit den Druckern zusammengearbeitet haben. Also das war immer eine Qual. Das ist jetzt besser geworden, aber Sie wissen, wovon ich rede. Also überlegen Sie sich, müssen Sie updaten. Das selbe gilt im Hardware-Bereich, da heißt es Modellpolitik. Ich habe drei Geräte vom selben Hersteller, Panasonic, und zwei stehen direkt nebeneinander. Beide sind Satellitenempfänger. Beide haben eine fast identisch aussehende Fernbedienung. Bei beiden sind die Unterschiede so groß, dass ich jedes Mal nachdenken muss, was ich wo machen muss, welches der beiden Geräte ich gerade bediene. Sie sind gleichzeitig gekauft worden. Das nennt sich Modellpolitik. Vom einen hat er noch einen Ladenhüter drin gehabt, vom anderen hat er gerade den neuen reingekriegt. Stellt er mir also alle beide hin, ohne darüber nachzudenken, der Händler, wo käme man dann darauf hin, wenn man sich vorstellt, wie das ist, wenn der Kunde das Zeug benutzt, was er für viel Geld bei mir kauft. Das bräuchte ja jemand, der denken kann. Ja, aus dem normalen Schulsystem kommt der ja nicht raus. Darum müssen wir unseren Schülern beispringen, dass sie mit, nicht, mit klarkommen. So, das heißt, wenn ich ein Modell finde, das mir gefällt, kaufe ich sofort drei nach, denn wenn ich das später nachkaufen will, gibt es das nicht mehr. Und ansonsten, also, das ist diese Kategorie. Info Müll, zum Beispiel, müssen Sie wissen, wie hoch die Rocksäume dieses Jahr sind? Ja, wenn Sie Modemacher sind, schon, natürlich. Wenn Sie Textilverkäufer sind, auch. Das heißt, ob etwas Info Müll ist, können nur Sie entscheiden. Das hat mit Ihrem Leben, mit Ihrem Beruf, mit Ihren Interessen zu tun. Es gibt keine Information, die an und für sich rammt schwere. Aber müssen Sie wissen, wie hoch die Säume sind. Und die Informationen, von denen wir ertrinken, sind die, die wir wirklich nicht unbedingt, muss ich wissen, ob und wie Boris Becker geheiratet hat? Ich nicht. Mir reicht die Information, da ist vollkommen. Ich muss die Details nicht wissen. Wäre für mich also Info Müll, also muss ich Seite 4 nicht lesen. Und wir meinen oft, das lesen zu müssen, nur weil es da steht. Überlegen Sie das mal, was Sie für Zeit vergeuden damit. Also fragen Sie sich, wenn ich nur noch 4 Tage zu leben hätte, würde ich diesen Beitrag dann lesen wollen? Das klärt den Geist. Dann stellen Sie bald fest, was wesentlich ist in Ihrem Leben. So, das war das. Jetzt ist der Zettel runtergefallen, jetzt kommt wieder das Hehe, 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 Dankeschön. Ach, vielen Dank. So, jetzt. Das mit den Kügli. Also mit der Doppelcheckliste, das wurde kurz erwähnt. Sie haben in dem Buch Trotzdem lernen, Lehren diese längere Liste in zwei Spalten nebeneinander, aber eigentlich müssen Sie sich die als länger vorstellen. Hier haben wir die Neuromechanismen und hier haben wir die NLLS, Non-Learn-Learning-Strategies, Neudeutsch, die Nicht-Learn-Learn-Strategien. Also wie kann ich das vereinfachen? Das hier ist das, was das Gehirn braucht, um lernen zu können und wenn wir zu wenig davon haben und wir zählen eben in Kügli, dann verschaue ich, was kann ich da drüben finden, was die Sache ermöglicht. Wir wissen unter vier Kügli, minus vier, weniger als vier, ist Lernen nicht möglich. Vier bis fünf, sechs, sowas, da ist Lernen schwer. Und das ist das meiste, was den Leuten begegnet und deswegen finden die meisten Lernen schwer. Haben Sie sich das schon mal überlegt? Wir sind ein Organismus mit einem Lernorgan. Das ist die Hauptaufgabe des Gehirns, sich auf Neues einzustellen und zu lernen. Und wenn Leute aus einem System herauskommen mit dem Gefühl, Lernen sei schwer, das ist so ähnlich, wie wenn Leute aus einem System herauskommen und das Gefühl hätten, Essen sei schwer, Trinken sei schwer, wie müssen die versaut worden sein? Dass sie die eigentliche Aufgabe des Gehirns, für die wir geboren worden sind, schwer finden. Weil Schule nicht Lernen vermittelt, sondern Pauken. Pauken ist schwer, wie wir gleich sehen werden. Und ineffizient. Schon aus dem Grund sollte es abgeschafft werden. So, und diese Kügeli waren ein Denkmodell gewesen. Und jetzt kann ich Ihnen die neurophysiologische Grundlage dafür vorstellen und dann sehen Sie, dass es eben nicht mehr nur ein Denkmodell ist. Jetzt habe ich den Namen der Frau wieder nicht da. Rita. Sie habe ich nachgetragen in Barleben. Rita, Lewin, Montelaini. Die Dame ist jetzt 100 Jahre alt. Ist in Italien nur die Professorin genannt. War neulich ein Beitrag über sie in einer Zeitschrift. Also, vor einigen Jahrzehnten in einem Labor, in einer Petrischale, das sind diese kleinen Glasschälchen, wo immer was drin passiert in Labors, die heißen Petrischalen, da sind einige Neuronen, also Gehirnzellen von Hühnern, also Kükenneuronen, sind fröhlich vor sich hingewachsen. In einer guten Nährlösung tun die das. Und dann hat irgendwer aus irgendwelchen Gründen, ob das ein Versehen war oder Absicht, weiß ich nicht, da hineingegeben, ein paar Krebszellen von einem völlig anderen Tier. Jetzt fragen Sie sich mal, was passiert wahrscheinlich? Was passiert den fröhlich vor sich hinwachsenden Gehirnneuronen, wenn es da Krebszellen reinkommen? Die Krebszellen waren von einem Schwein, glaube ich, weiß nicht mehr, von einem anderen Viech. Was passiert wahrscheinlich? Unterhalten Sie mal kurz, was nehmen Sie an? Tauschen Sie mal Ihre Vermutungen aus. Nein. 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 Wer meint, es kommt zu einem Angriff, dass die Krebszellen angreifen? Wer meint das? Dankeschön. So, das ist nicht der Fall. Es war einleuchtend, dass man das denken könnte. Was passiert hat, alle überrascht, nämlich die Gehirnzellen sind besser gewachsen. Daraufhin hat diese damals junge Wissenschaftlerin Rita Levin-Montelene gesagt, es ist ja gerade so, als hätten die Krebszellen eine Art Neuronenwachstumsfaktor. Und die Frage fand sie so faszinierend, dass sie jetzt die nächsten zehn Jahre ihres Lebens dafür hingegeben hat. Mit einem Herrn Cohen zusammen hat sie das also erforscht. Dafür haben die beiden 1986 den Nobelpreis für Medizin bekommen. Also, heute kennt man eine Reihe von Neuronenwachstumsfaktoren. Und der, von dem ich jetzt erzählen will, der damit was zu tun hat, heißt BDNF. So. Das steht offiziell für Brain die Reift Neurotropin Faktor. Wir nennen das aber nicht so. Also erstmal haben wir eine Dienstleistung des Gehirns an den Gehirnbesitzer. Und zwar eine, die Begeisterung auslöst. Begeisterung. Es geht darum, wenn wir Neues lernen, ist also ein Neulernfaktor. Also haben wir Begeisterung, Dienstleistungs, Neulernfaktor. Das passiert, wenn wir Neues lernen. Wenn folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind, dann funktioniert Neues lernen und wir bekommen als Bonus einen vierten Punkt dazu geschenkt. So sieht Lernen aus. Und das hier ist die neurophysiologische Grundlage für unsere Kügelie. Ist das spannend? Möchten Sie jetzt wissen, was das ist? Wären Sie frustriert, wenn ich es Ihnen nicht erzählen würde? Also erstens, der Lerner muss aktiv lernen, passiv berieseln geht nicht. Haben wir heute schon erwähnt. Er muss aktiv lernen. Also zwischendurch eine ABC-Liste mit dem Nachbarn kurz mal konferieren, eigene Gedanken austauschen und so weiter. Immer wieder eine Aktivität, sonst geht es nicht. Wenn er also passiv bleibt, dann geht es an ihm vorbei. Der zweite und der dritte Faktor beschreiben, warum Pauken nicht möglich ist. Sehen Sie? Man muss aufmerksam sein. Sehen Sie? Und wir behaupten immer, lerne konzentriert. Konzentrier dich, sagen wir. Das ist falsch. Wenn Sie sich konzentrieren, ziehen Sie zusammen. Dann machen Sie zu. Das ist die Zumerksamkeit. Sie können konzentriert, nachdenken, konzentriert Probleme lösen, konzentriert Berechnungen machen, konzentriert planen, konzentriert pauken, aber nicht konzentriert lernen. Zum Lernen müssen Sie sich öffnen, müssen aufmachen, damit Sie sich was merken können. Eine völlig andere innere geistige Haltung, drücke ich mich klar aus. Und darum sehen wir, dass Pauken nicht funktionieren kann. Und es muss mühelos sein. Pauken ist sich nicht mühelos nicht. Keinesfalls. Pauken ist anstrengend. Verbissen, anstrengend, konzentriert, wie Geburtswehe. Da gehen die Sachen raus, aber nicht rein. Wenn das passiert, dann haben wir unsere Kügelie und dann funktioniert das. Und dann kriegen wir als Abschluss eine Art, der Geist versteht, das ist jetzt quasi ein fertiger Vorgang und macht einen Abschluss und das wird dann eine Erinnerung. Wenn der Abschluss nicht käme, würde alles wieder zerlaufen in den nächsten 10, 20 Minuten. Weil hier ist ja alles flexibel. Was auch sehr wichtig ist, eines der ganz großen Wortschwörter der Zukunft ist Plastizität des Gehirns. Man weiß heute, jeder Gedanke, den Sie denken, verändert die Hardware in Ihrem Gehirn. Wenn Sie jetzt zum Beispiel diese Musiker, die müssen jahrelang trainieren, um gewisse Nervenbahnen auszubilden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel blind wären, Sie müssten Braille lernen, Braille Schrift lesen lernen, dann dauert es circa sechs Monate, bis Sie die ersten bleibenden Veränderungen im Gehirn haben. Da haben also Leute, die wurden beobachtet, die haben vier Tage geübt oder fünf und dann haben sie Wochenende gemacht und dann waren alle Veränderungen im Gehirn wieder weg. Dann fingen sie quasi von vorne an, sechs Monate lang, bis die ersten Veränderungen blieben. Wenn wir eine einfachere Sache haben, wir haben im anderen Seminar mal Gummibänder verteilt und dann haben wir zwei Leute, das können sie im Klassenzimmer mal machen, A und B, der eine hält das Gummiband fest, der andere streckt sein Zeigefinger durch, also hier auf der Tischplatte, dann kommt hier das Gummiband und der drückt das Gummiband runter und der soll jetzt gegen das Gummiband den Zeigefinger heben, Muskelkraft, in der Weise ein Zeigefinger trainiert, nach 21 Tagen haben wir die ersten bleibenden Veränderungen im Gehirn, das heißt das ist eine viel einfachere Tätigkeit, dann geht es schneller, je komplexer die Tätigkeit, desto länger braucht es, bis wir die Nerven Baden gebaut haben, es verändert sich ständig im Gehirn physiologisch etwas, werden Nerven angebaut und bei diesem Prozess hier passiert im Gehirn etwas, was quasi nachweisbar ist und dann ist da ein neuer Lernprozess entstanden, leuchtet das ein. So und jetzt kommt etwas, da müssen Sie sich anschnallen, dass Sie nicht vom Stuhl fallen, also wir haben Reha-Leute, die einen Schlaganfall hatten und wir haben einen Dr. Tau, deutschstämmig, aber in Amerika, also Dr. Torb und deswegen nenne ich das den Torb- oder Taub-Effekt, von dem wir jetzt reden. Der Mann ist ähnlich wie ich, der hat also jahrzehntelang gekämpft gegen Umwelten, die gesagt haben, das alles schmarrn, was er behauptet, aber inzwischen konnte er sich durchsetzen, das kann man jetzt nicht mehr leugnen, was er behauptet. So, er hat also zum Beispiel Folgendes gezeigt, wenn Sie jetzt einen Schlaganfall hätten und Sie verlieren also momentan die Fähigkeit, Ihren rechten Arm zu benutzen. Die Reha-Maßnahmen im Krankenhaus dauern vier bis sechs Wochen und wenn sich dann nichts bewegt, sagen die, okay, kann man nichts mehr machen, lernen Sie Ihren linken Arm für alles einzusetzen und das war es gewesen. Dann schickt man sie nach Hause. Der Taube hat nachgewiesen, nach 15, 20 Jahren, dass man den rechten Arm wieder trainieren kann, geschweige denn, wenn das vor kurzem war. Überhaupt kein Thema. Aber wie hat er das gemacht? Jetzt haben Sie also hier, also wenn wir den von hinten anschauen, dann ist das hier sein rechter Arm, der hängt hier nutzlos umeinander, das ist der linke, mit dem er agieren kann und den hat man ihm jetzt festgebunden, den hat man fixiert. Das hat die also verrückt gemacht, die Patienten, die waren stocksauer. Und er nannte diesen herunterhängenden Arm, nannte er, er lernte Nichtbenutzung. So, jetzt dauert es mindestens 21 Tage, siehe Gummiband, bis der erste, kleine, kleinstmögliche Erfolg sichtbar wird, vielleicht dauert es sechs Wochen bei einem Arm, der jahrelang runtergehängt war, weil Sie müssen noch etwas wissen im Gehirn, das Gehirn ist nicht nur ohnehin plastisch, sondern wenn ein Teil im Gehirn nicht mehr benutzt wird, dann bleibt der nicht brach liegen wie ein Weizenfeld, sondern kommt sofort ein Reisbauer, es kommt sofort irgendwas anderes und usurpiert diese Areale. Die sind also jetzt woanders in Benutzung. Um also wieder Nervenbahnen aufzubauen für etwas, was lange brach gelegen hatte und benutzt worden war von anderen Teilen des Geistes, muss man jetzt wieder andere Teile finden, die brach rumliegen, um die zu zweck zu entfremden. Die ersten Wochen zweck entfremdet man und wenn man es stur weiter macht, dann baut das Gehirn tatsächlich neue Bahnen. Aber zuerst lässt es uns welche benutzen, die gerade rumliegen, um das mal stark vereinfacht zu sagen. Diese erlernte Nichtbenutzung wird jetzt durch das neue Training aufgehoben und nach Weile kann er in zunehmendem Maße, kann sein, dass er zwei, drei Jahre braucht, um den rechten Arm wieder einigermaßen gut zu benutzen. Er hat ihn ja lange genug rumhängen gelassen, nicht wahr? Und je älter er ist, desto langsamer ist der Nervenaufbau auch, aber es ist durchaus möglich. Jetzt überlegen Sie mal, wir haben Neuromechanismen. Ah ja, ja, das war das, was ich Ihnen noch, mhm, 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 so, das war das, was ich hier genau zufügen wollte. Das müssen wir dann noch fotografieren, Dieter, in der roten, ab Seite 33. So, einen haben wir schon erwähnt heute, den Abstraktionsmechanismus. Das Kind lernt die Muttersprache, indem es unbewusst in den elf Kilometern alle Regeln abstrahiert und wenn wir es nicht stören, wenn es zwischenzeitlich Fehler macht, nicht stören, nach einer Weile reparieren die sich und irgendwann lernt das Kind den gebrauchten Sprache und zwar ziemlich perfekt. Es lernt den Gebrauch der Sprache der Umwelt. Ob das jetzt Schweizerdeutsch ist oder Bayerisch oder Sächsisch, das bestimmt die Umgebung. Also wenn die Umgebung nur sagt, der Mann, der an der Ecke stunden tut, dann lernt das Kind das natürlich perfekt. Ist klar. Leuchtet ein. Wir haben also den Neuromechanismus der Abstraktion. Jetzt nehmen wir mal Sprachenlernen. Bei Scheiß. Wir zwingen also den 15 Millimeter Flaschenhals sich bewusst mit Dingen zu befassen, die die 11 Kilometer alleine wesentlich besser gemanagt hätten. Wir verhindern das angeborene natürliche Lernverhalten. Wir verhindern es unerhört erfolgreich verhindern wir es. Überlegen Sie mal, wenn das Kind genügend Vorbilder hat, kann es die Regeln abstrahieren. Was wir also brauchen im Deutschunterricht wäre Theaterstücke spielen, viele Lieder Lernen, Gedichte, die müssen nicht unbedingt auswendig gelernt werden, aber tragen wir sie mal mit ein bisschen Pepp vor und fragen uns mal, was darin gesagt wird. Hier haben wir gute Sprache, gute Mechanismen und die, die wir auswendig lernen, seien das Lieder oder Theaterstücke, da lernen wir, da lernen wir des Vaters gut, auch wenn daheim keiner so hinterher redet. Und dann wird das familiär. Und nach drei, vier Jahren davon kann ich mich in dieser Sprache bewegen geistig, unabhängig davon, wie die daheim reden. Schauen Sie, die Kinder von Migranten, wenn das bildungsfreundliche Migranten sind, sprechen doch dann, sagen wir jetzt viel zu Deutsch, wesentlich besser als die Alten, weil sie es nicht von den Eltern lernen, sondern von der Umgebung, von den Klassenkameraden etc., von den Spielkameraden. Richtig? Ja, die Spielkameraden erklären Ihnen doch keine Grammatik. Brauchen wir doch nicht. Dasselbe bei der Fremdsprache. Wir verhindern den Abstraktionsmechanismus. Was wir also haben ist, der Abstraktionsmechanismus ist jetzt der rechte Arm, der vor dem Schlaganfall ja gut funktioniert hat, das heißt vor der Schule. In der Schule machen wir einen geistigen Reha-Patienten aus dem Kind. Und dann beschwären wir uns, dass der nichts lernen kann. Wir haben also eine erlernte Nichtbenutzung des Neuromechanismus der Abstraktion. Drücke ich mich unmissverständlich aus. So, um das zu reparieren, müssen wir genau dasselbe tun, darum nenne ich das den Taub-Effekt. Wir müssen den falschen Scheiß, also Grammatik und Vokabeln lernen, müssen wir fixieren, festbinden, unterbinden. Damit das wieder passieren kann. Und was machen die Kinder? Die sagen, na, ich bin jetzt gewohnt dran, Vokabeln zu lernen. Die müssen wir also wirklich erst, also die Frau Hohlenstein, die hat vor Jahren, wo ist sie denn, die Karin? Ist immer schlecht, wenn man das Lob nicht hört über jemanden, wenn man gerade draußen ist. So, die hat also vor Jahren eine phänomenale Idee gehabt, das ist auf unserer DVD drauf, Sprachen lerne leicht gemacht, im Bonusmaterial. Da sitze ich mit Frau Hohlenstein und mit Frau Mulai am Tisch und wir quatschen ein bisschen über Aktivitäten, Lernschritt 4. Und da hat sie eine Klasse gehabt, die also keine Lust hatte, vom Vokabeln lernen abzuweichen. Die waren schon so versaut, diese Patienten, die regen sich auch auf zuerst, wenn sie den Arm trainieren sollen. Die sagen, was, scheiße, bin jetzt gewohnt um Linken, das reicht mir doch nicht. So, und dann hat sie aus einer zukünftigen Lektion den mittleren Absatz genommen und hat das als Übung mit den Kindern dekodiert. Ohne ein Wort, dass das diese Birkmal-Methode ist, die sie gerade abgelehnt haben. Hat gesagt, okay, gut, lernt eure Vokabeln, fein, machen wir es anders. Hat diesen Absatz genommen, hat das jetzt mit denen dekodiert. Und dann ist sie das zwei, dreimal durchgegangen die nächsten Tage mit ihnen, dann hat sie weiter nichts mehr gesagt. Na, und was ist? Drei Wochen später kommt die Lektion dran und dann merken die Lektion 1, alles unbekannt, Absatz 1, alles unbekannt, Absatz 2, ich verstehe jedes Wort, Absatz 3, alles unbekannt. Und dann haben die kapiert, wie toll das ist, wenn man beim ersten Durchgang im Unterricht versteht, wovon man redet. Und dann wollten sie mehr wissen. Also wir müssen hier möglicherweise mit Tricks arbeiten, um diese Schlafkrankheit erstmal zu umgehen. Und das gilt jetzt für viele Neuromechanismen. Also erstens den der Abstraktion. Zweitens, wenn wir dekodieren, dann entdecken wir ja den Sinn. Sinn entdecken ist ein Neuromechanismus. Und Lehrer neigen dazu, den Schülern die Informationen klein zu schneiden, vorzukauen und wenn es geht auch noch vorzuverdauen. Das ist nur gut für junge Vögel. Lassen Sie die Leute die Dinge selber entdecken. Das ist viel spannender, als wenn Sie ihnen die Entdeckungen und da sitzen die Lehrer Stunden, Tage, Wochen, Monate lang und finden irgendwo, suchen sie tolle Entdeckungen über Sprache, um die den Kindern vorzutragen und wundern sich, dass die Kinder das langweilig finden. Meine Entdeckungen sind für Sie nicht so interessant wie Ihre eigenen. Ich meine, wenn ich einmal im Jahr zu so einer Tagung komme, dann hat klar, wir haben einen Tag, dann muss ich Ihnen vieles jetzt fertig geben. Aber wenn wir uns tagtäglich sehen, dann sagen Sie, warum darf ich nicht ein bisschen selber entdecken davon, das ist doch völlig klar. Auf den Eliteschulen müssen die Schüler sich das Material selbst erarbeiten. Auf den Regelschulen kriegen sie es vorgekaut und vorverdaut. Denken Sie doch mal nach darüber. Ja, die Eliteschulen, die werden teuer bezahlt. Wenn das nicht funktioniert, schickt niemand die Schüler dahin. Die werden schon wissen, warum sie solche Methoden erfunden haben. Also, dann haben wir den Neuromechanismus, assoziatives Denken. Also das heißt, was mir einfällt zu dem, was da vorne passiert, das ist wichtig. Nicht nur, was da vorne passiert. Also ABC-Listen, KAWAS und solche Dinge trainieren das assoziative Denken. Das assoziative Denken löst den Stadt-Land-Fluss-Effekt aus. Sie kennen das Spiel Stadt-Land-Fluss, nicht? Ich glaube, manche nennen es Geografie-Spiel, aber es ist dasselbe Spiel. Wenn Sie jetzt hier Ihre elf Kilometer haben mit tausend Schubladen, die normalerweise zugehalten werden und Sie spielen Stadt-Land-Fluss, dann geht die Städter-Land-Fluss-Schublade, die gehen dann auf. Wenn Sie öfter spielen, dann bleiben die auf. Also haben Sie das Wissen parat. Das heißt, Sie lernen Zugriff auf Ihr eigenes Wissen durch assoziatives Denken. Das gilt für jedes Thema, zu dem Sie regelmäßig assoziativ denken. Also es ist eine Technik, den Zugriff auf das, was Sie eh schon wissen, zu bekommen, weil die Schublade aufgeht. Da drücke ich mich klar aus. Und das wird in der Schule auch verhindert. Das brauchen wir. Dann wir brauchen Bedeutung und Gründe, zum Beispiel Geschichte zu begreifen. Geschichte ist nicht auswendig lernen, welcher König wann welchen gemeuchelt hat, um seinen Platz einzunehmen. Aber das lernen wir. Das ist nicht Geschichte verstehen. Geschichte verstehen ist was ganz anderes. Und wenn wir anfangen, über die großen Entwicklungen nachzudenken und was es bedeutet, also 333, bei Isus Keilerei, fein. Wenn der gute Alexander diese Schlacht eben mal nicht gewonnen hätte zur Abwechslung, dann hätte Persien gewonnen, dann wäre Griechenland und Europa quasi iranisiert worden. Und wahrscheinlich später auch islamisiert worden. Wir hätten also eine ganz andere Zukunft gekriegt damals in der Vergangenheit, wenn das so gelaufen wäre. Das ist die Bedeutung dieser Schlacht. Dass wir dadurch europäisch geblieben sind. Darum geht es. Oder jetzt mit Türkei, EU oder nicht. Denken Sie mal darüber nach, was das für Auswirkungen hat, wenn ja oder wenn nein. Treiben wir dem Islam zu, mit dem Sie sich dann verheiraten müssen. Der islamische Teil in der Türkei wird gestärkt. Oder helfen wir Ihnen, europäischer, westlicher zu werden. Was wollen wir denn eigentlich für die Türkei haben? Oder die Schweizer und die EU. Sie sind ja noch clever, noch draußen geblieben, was manche der Prozesse angeht, die zurzeit laufen, die also gar nicht so gut sind. Aber all along sollen wir immer ein Loch in die Landkarte brennen. Im europäischen Land, wo die Schweiz ist. Das Schweizer Loch, nicht? Sind wir schon wieder dabei. Bewegung ist notwendig im Unterricht. Also, schauen Sie. Die Jungen sind ja zu 80 Prozent die Lernbehinderten ja männlich. Liegt das daran, dass die so blöd sind? Oder könnte das am System liegen? Ja? Jungen haben fast die doppelte Menge Muskelmasse. Also müssen sie wesentlich mehr sich bewegen, um diese vielen Nervenbahnen aufzubauen, die notwendig sind, um die zu bewegen. Leuchtet das ein. Das beginnt bereits vor der Geburt. Sie wissen ja nicht. Da passiert's. So, jetzt hat man früher gesagt, wenn sich's viel bewegt, wird's ein Junge. Das ist richtig. Wenn sich's viel bewegt, wird's ein Junge. Der muss ja mehr trainieren, damit er mit dem Beinchen strampeln kann, wenn er rauskommt. Also, wenn ein Kind im Mutterleib, wenn es schläft, dann reift es. und wenn es wach ist, dann lernt es oder es trainiert. Das ist wahr. Ununterbrochen. Wir lernen seit, nach der Vereinigung von Ei und Dings beginnt der Lernprozess. Ja, es war. Es war. So. Also, zum Beispiel, im siebten Monat der Schwangerschaft beginnt das Kind, sich auf die Muttersprache einzuhören, die es hören wird, wenn es rauskommt. Da beginnt es sich synchron mit der Sprache zu bewegen. Ja? Das erkennt auch seine Muttersprache. Wenn er verschiedene Sprachen vorspielen, bei seiner Muttersprache wird es ruhig, bei anderen wird es unruhig. Auch wenn es die Worte alle noch gar nicht versteht, er kennt es bereits in Duktus der Muttersprache. Hochinteressant. So. Jetzt heißt das also, vor der Geburt hat der Junge mehr Zeit mit Training zugebracht als das Mädchen. Also kommt da etwas Unreife heraus. Neurologisch. In den ersten ein bis anderthalb Jahren schläft er weniger ein, weniger gut, weniger gut durch und die Schreibübe sind auch zu 80% Jungen. Das heißt, er muss noch weiter, wesentlich mehr Nervenbahnen aufbauen, also wird er immer unreifer. Deswegen soll ja der Mann so sechs, sieben Jahre älter sein als das Mädchen beim Heiraten, dann sind sie gleich reif. Jetzt überlegen Sie doch mal, was wir für eine kriminelle Handlung vollbringen, wenn wir die Kinder nach Alter sortieren und in dieselbe Klasse setzen. Wenn Sie nach Alter sortieren, müssten Sie Jungen und Mädchen trennen. Und selbst dann, Sie haben alle unterschiedliche Gesichter. wie kam denn irgendwann irgendwer auf die blöde Idee, dass jedes Kind zum selben Zeitpunkt, im selben Tempo den selben Scheiß lernen soll. Das wäre so, wie wenn wir sagen, schauen Sie alle in den Spiegel und bitte dasselbe Gesicht soll rausschauen. Nicht? In der Zwergenschule hat der eine Junge mit sieben lesen gelernt, der andere mit elf. Das war okay, mit 14 haben sie alle einigermaßen gelesen. Das war jedem Zwergschullehrer vollkommen klar, dass die nicht gleichzeitig zur selben Zeit, im selben Tempo dasselbe lernen. Überlegen Sie mal, was wir für ein System gebastelt haben. Und die Unfairness den Jungen gegenüber, deswegen versagen so viele, das liegt am System. Über die Dinge muss nachgedacht werden. Dringend. So. Der Junge muss sich also mehr bewegen. Jetzt darf er in der Schule nicht, der wird festgebunden am Pult, nicht? Jetzt ist das Pult ein optimaler Aufbewahrungsort für ein Mädchen. Mädchen hocken gerne auf ihrem Arsch, schon sehr früh. Wenn es also eine Freistunde gibt zum Beispiel, dann hat der Mensch, der die Freistunde ankündigt, noch nicht ausgesprochen, zack, sind alle Jungen rausgerannt. Die Mädchen bleiben hocken. Ist doch hochinteressant. Oder in den Pausen. Die Mädchen stehen oder hocken in kleinen Gruppen unbeweglich die ganze Pause und die Jungen rennen über den ganzen Pausenhof. Warum berücksichtigen wir das nicht im Unterricht? Schauen Sie, als ich die ersten Seminare gemacht habe in Amerika, da hatte ich also Verkäufer, die gewohnt waren zu stehen, am Flur rumzugehen, also in Läden, die Verkäufer, die am Tresen waren oder in einem großen Laden rumgelaufen sind, die also ständig auf den Beinen waren, habe ich natürlich sehr schnell gemerkt, wie unruhig die waren. Die Damen, die saßen ganz brav da und dann habe ich gesagt, okay, die Herren können, also wir haben zwei Kreise gemacht, äußeren, inneren, außen die Herren, innen die Damen. Dann haben wir gesagt, die Herren können aufstehen, können hinten sogar rumlaufen, wann sie wollen. Ist überhaupt kein Thema. Interessant ist, wenn die hinter ihrem Stuhl stehen, wenn sie das mit Kindern zum Beispiel machen, die Jungen, die stehen ja nicht, die wippen ja immer nicht. Und dann können sie ihren Bewegungsdrang ein bisschen ausleben und trotzdem zuhören. Das Zweite, die zweite große Kriminalität, die wir an den Jungen verbringen, ist, wir reden andauernd. Weiber quatschen. Männer nicht. Also wenn es ein Kreuz gibt, hier sind die Männlichen und die Weiblichen, das Chinesische, das geht schneller, hier sind die Jungen, die Madeln, so. Also die Jungen, die handeln zuerst und denken vielleicht dann noch nach. Die Mädchen wollen zuerst denken oder quatschen und dann handeln. Und die Frauen bequatschen die Männer die ganze Zeit, auch in der Schule. Das ist ein optimaler Lernweg für Mädchen, aber ein ganz beschissener für Jungen. Und den zwingen wir ihnen auf. Das ist unfairest, unfairest. Also wenn sie dafür sorgen wollen, dass sie eine Generation von völlig unfertigen, jungen Männern heranziehen, die sich nichts zutrauen, die nur wissen, dass sie Arschlöcher zu sein scheinen, die auf nichts mehr Bock haben und die einen unerhörten Hass kriegen auf die Gesellschaft, weil sie im tiefsten Inneren wissen, dass man sie betrogen hat. Dass man ihnen ihr ganzes Leben versaut, dann machen sie so weiter wie bisher. Viel Glück. Und in Deutschland machen wir es genauso. Das ist das Problem der Industrienationen. Die müssen begreifen, dass das Industriezeitalter vorbei ist. Da ging das noch. Und je länger wir brauchen, desto schlimmer. So, das war die Bewegung. Dann haben wir Fragen, Fragen stellen, Fragen beantworten, Rätselraten und so weiter. Das ist ein Neuromechanismus. Mehr davon wäre sehr wichtig. Imitationslernen. Wann passiert denn Imitationslernen? Nehmen wir mal an, Sie wollen Wurzel ziehen, vermitteln. Nehmen wir mal an, wir haben einen Lehrer, der es gut meint. Der steht dann an der Tafel, dann macht er ein Beispiel, dann löstert er das weg, dann macht er vielleicht ein zweites Beispiel mit einer neuen Zahl. Ja, was soll denn der Scheiß? Sie müssen zehnmal dasselbe Beispiel durchrechnen, mit derselben Zahl. Und beim sechsten, siebten, achten Mal verstehen einige erst, worum es überhaupt geht. Nicht, wenn Sie die Zahl austauschen werden, der die Methode noch gar nicht kapiert hat. Sie haben zwei Variablen, die Methode und die Zahl und sie wechseln beide gleichzeitig aus in der zweiten Runde. Wie sollen denn die das kapieren, für die das völlig neu ist? Das kapieren nur die, die schon ein bisschen was vorgerechnet haben, weil sie gerne rechnen, denen das schon mal begegnet war, die schon eine Ahnung haben, die Schnelldenker, das ist ein Drittel maximal, zwei Drittel lassen Sie wild hängen. Solange Sie annehmen, Mathematik ist eine Frage, der Talent ist, der Neigung, sagen Sie, naja, die haben halt keine Neigung für Mathematik. Vielleicht sahen Sie es besser in Englisch. Aber daran liegt es. Und wenn Sie keine Lust haben, das zehnmal zu machen, es gibt immer einige, die schon ein bisschen weiter sind als die anderen, dann rechnen Sie es einmal durch und dann lassen Sie von den Kindern, den einen oder anderen, dieselbe Zahl. Sie können sogar drei nebeneinander stellen, die rechnen alle mit derselben Zahl. Die Klasse sitzt da und verfolgt das. Wie das ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer hier parallel läuft. Das sind Dinge, die sind heiß. Oder Sie nehmen Ihr Handy und das wird jetzt gefilmt. Einer der Kinder filmt das und stellen Sie das ins Intranet oder schicken das jedem per E-Mail oder wie immer Sie das wollen. Und dann kann der Neuronal Langsame das öfter angucken. Dann sagen Sie, morgen machen wir da weiter. Und dann wird es interessant, wenn ich die Berechnung kapiert habe, dann sozusagen, was passiert, wenn ich eine andere Zahl einsetze. Jetzt wird das spannend. Aber nicht, wenn Sie mit der neuen Zahl anfangen, ich habe doch keine Ahnung, worum es geht. Das ist so, wie wenn Sie nach Vaters Hut mit allen möglichen Genitiven kommen und ich weiß noch immer nicht, wovon Sie reden und was Sie da machen. Noch ein Beispiel, noch ein Beispiel, noch ein Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was Sie wollen. Wie soll ich das denn kapieren? Wenn ich lauter unbekanntes Zeug höre. Imitation. Wann dürfen Kinder imitieren? Wir haben unseren Lernberg hochgehoben und wir haben an der, dieser Ecke hier, haben wir die Spiegelneuronen. Sie können auf meiner Hauptwebseite birkenbild.de in die Textjoblade gehen, da finden Sie einen Artikel über Spiegelneuronen, den hatte ich in der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da können Sie das in Ruhe noch mal nachlesen, mit den Spiegelneuronen, wenn Sie letztes Jahr nicht dabei waren. Das ist angeboren, das ist phänomenal leichtes Lernen, davon passiert so wenig. Oder nehmen wir noch ein Beispiel, was uns vorgelebt wird, leben wir nach. Welches bildungsferne Kind kann bis zum Alter von 15, 17, 20 Jahren irgendwann mal irgendeinen Menschen mit Begeisterung, mit Lust ein Buch lesen sehen? Da rein bestimmt nicht und in der Schule, in all seinen Schuljahren auch nicht. Da gibt es nur Musslesen. Ist das nicht schlimm? Wie wollen wir den Leser machen aus denen? Dann kommt der nächste PISA-Test, dann regen wir uns auf, dass sie nicht lesen können. Ja, diese Materialien, die da zum Musslesen vorgelegt werden, die sind ja meistens auch nicht wert, gelesen zu werden. Dann, wir brauchen Vergleiche, Analogien, Gleichnisse, damit lernen wir phänomenal. Passiert auch in der Schule viel zu wenig. Es gibt einen deutschen Kabarettisten, der heißt Pispers. Pispers, gell? Vorname? Volker. Volker, so ist es. Besorgen sich die CD, die heißt zum Beispiel Bis neulich. Zwei CDs. Der Mann, der bringt immer wieder phänomenale Vergleiche, da wird einem wirklich klar, worum es geht. Auf dieser Bis neulich, das war jetzt, das ist jetzt was weiß ich, zehn Jahre, zwölf Jahre her, da haben sich die Deutschen so aufgeregt, wie teuer das ist mit der Einigung und diesen Sonderzoll, den wir zahlen müssen für die Ossis und so weiter und so weiter und dann hat er mal verglichen, was kostet ein Gefangener pro Jahr, was kostet ein Ossi pro Jahr und dann sagt er, das ist also Einsperren ist billiger oder zu dem Tarif könnten wir die nicht einsperren und dann sagt er, wenn sie dachten, die Ossis sind teuer, die Bergleute sind teuer und die Bauern und dann rechnet er vor, wie viele Ossis wir durchfüttern könnten für die Bergbauern, für die Bergleute und die Bauern. Also durch diese Vergleiche, wenn ich das in Zeitruppe mal durch, kriegen sie ein Gefühl die Größenordnungen, von denen wir hier reden oder der neue Gehirnforscher Nuhr, namens Nuhr. Wie heißt der mit Vornamen, der Nuhr? Dieter. Dieter auch? Audi. Dieter Nuhr, ja das kann sein. Dieter Nuhr? Das ist ein Kabarettist. Kabarettist? Dieter. Dieter Nuhr, so. Der hat also neulich festgestellt, ja wegen der 500 Milliarden, die wir jetzt den Banken in den Rachen schmeißen in Deutschland, hat er gesagt, das ist so schwer vorstellbar, nicht? Dann hat er gesagt, also wenn eine Million in Geldscheinen in dieser oder jener Denomination so viele Zentimeter hoch ist, wie hoch sind dann diese 500 Milliarden? Und dann kommen wir auf 50 Kilometer. Ja? Und wenn ich jetzt hinzufügen darf, dass ab 10 Kilometer die Luft so dünn ist, dass sie sie nicht mehr atmen können und ab 30 beginnt der Weltraum offiziell. Wir schmeißen das Geld nicht mehr mit vollen Händen zum Fenster raus, sondern direkt in den Weltraum. So. Also Sie sehen, worum es geht. Wir haben eine Reihe von Neuromechanismen, dann haben wir eine erlernte Nichtbenutzung, weil die Schulsysteme in der Vergangenheit es hervorragend verstanden haben, die zu umgehen, die quasi gelähmt zu machen. Und die müssen wir wieder aktivieren. Was meinen Sie, was in kürzester Zeit dann passiert? Und das Spannende ist, dass alle profitieren. Die Lehrer profitieren, wenn sie uns von den leuchtenden Augen ihre Schüler erzählen. Die Schüler profitieren und natürlich die Eltern. 80 Prozent aller Streitigkeiten zu Hause haben mit Schule zu tun. Sie retten Ehen. Sie retten ganze Familien, wenn dieser Frust aufhört. Das ist es, worum es geht. Jetzt. Wir haben einen großen Frageblock noch vor uns. Wie lange dürfen wir jetzt? Wir haben, weil wir um 13 Uhr anfangen, bin ich immer eine raus. Jetzt geht es offiziell bis? Bis halt. Noch eine vierte Stunde. Habe ich? Offiziell. Wir haben ja noch den Lehrerblock. Wer ist im Lehrerblock drin? Gegenfrage. Wer ist nicht drin? Dann verrate ich Ihnen, was Sie versäumen. Der Lehrerblock besteht, also letztes Jahr haben wir die Kotztüten verteilt. Da bestand er aus der Diagnose, wie wir die Kinder kaputt machen, sozusagen. Heute möchte ich Ihnen an einer Reihe von Best-Practice-Beispielen zeigen, was möglich ist. Das ist nachher im Lehrerblock, also sehr hoffnungsvoll, sozusagen. Dann gehen wir jetzt in den Frageblock für den ersten Teil des Seminars und im Zweifelsfall überziehen wir einfach etwas, damit alle Fragen vom Hauptblock gestellt werden können. Einverstanden? Dann brauchen wir ein Mikrofon. Den mache ich mal aus, momentan wegen der Hitze. Im Notfall mache ich ihn wieder an. So. Wenn du hinten bleibst mit deinem Mikrofon. Hier kommt eine Frage, schwarz-weiß gestreift. Da ist auch ein Mikrofon. Zu Ihrer Information. Ich höre die Fragen hier in einem kleinen Kästchen. Ich kann sie also nicht orten. Deswegen muss ich sie immer sehen, ehe sie fragen. Also ich sehe, wer sie sind. Bitte. Gut, also mich hat Ihr Beispiel mit dem Zeichnen und den Vögeln stark beeindruckt. Und mein Problem ist jetzt, ich bin Sprachlehrerin, aber die Schüler lernen ja nicht nur Deutsch, Englisch und Französisch, sondern auch noch Geschichte, Geografie, Chemie, Physik. Es ist gar nicht möglich, das Wissen, das sie laut Lehrplan haben sollten, wirklich zu erreichen in diesen neun Schuljahren. Wie kann ich dem entgegenwirken? Also zum einen, es gibt ja schon Schulen, wo Dinge anders laufen, wo sich zum Beispiel die Lehrer absprechen, statt dass jeder seinen eigenen Scheiß macht. Dann könnten Sie im Englisch- oder Französisch-Unterricht zu den Themen arbeiten, die der Geschichtsmensch in Geschichte gerade hat. Ja, warum müssen Sie vielleicht über Sizilien ein Kapitel haben in Ihrem französischen Buch? Was weiß ich, ein Abschluss über Sizilien und in Geschichte ist aber gerade Türkei dran oder so ähnlich. Kann man das nicht besser koordinieren? Das ist also die eine Frage. Und dann kann man aus Schulbüchern aus den Ländern, nehmen wir mal an, es wäre die Türkei, dann kann ich also aus Schulbüchern aus anderen Ländern mir Beiträge über die Türkei holen, aus dem Internet zum Beispiel und die im Unterricht als flankierende Maßnahme einsetzen und das Material nehmen für die nächste Prüfung. Verstehen Sie, da haben wir vielleicht eine Lektion im Buch nicht geschafft am Ende, aber wir haben immer wieder Themen bezogen. Das ist das Wichtigste, was Sie machen müssen. Sie müssen Themen bearbeiten, nicht Fächer. Themen. Wenn Sie Themen haben, dann fallen die Dinge aus den verschiedenen Bereichen. Nehmen wir mal an, wir haben in der Geschichte die Zeit, wo die, okay, warum haben die Mongolen, die haben ja das größte Weltreich errichtet, das es je gab auf diesem Planeten, hat zwar nur 120 Jahre gehalten, aber es war das Größte. So, warum haben die Mongolen diese unglaublich raffinierte Ritterschaft der Europäer besiegen können? Zum Beispiel. Das sind strategische, das sind waffentechnische, das sind alle möglichen Aspekte, über die wir reden können. Und das ist unerhört spannend. Und dann zu sagen, okay, warum haben in anderen Kriegen der gegen den oder wo war, was war der Knackpunkt, warum die gewonnen haben? Was hat ihnen den Vorsprung verschafft? Und dann beginne ich in diesen Kreisen zu denken. Und wenn ich zum Beispiel Geschichte, wenn wir die Zeitachse uns aufzeichnen und die wichtigsten Zahlen und dann kleine Skizzen machen, was da los war, die Krönung und da hat er den umgebracht und so weiter und dann dazwischen ein paar Stichpunkte schreiben. Indem jeder diese Zeitachse selber kreiert, hat er aktiv was getan. Der merkt sich die meisten Sachen, die er eingetragen hat. Also Kooperation, Themen haben und agieren lassen. Damit schaffen wir dann die großen Gedanken dieses Themas und hinterher sind die Details eigentlich nur noch ein Klacks. Und ich muss auch nicht jedes Scheißdetail abfragen. Ich flehe sie an. Wenn der hinterher weiß, wo er es nachschlagen kann, das ist viel wichtiger, dass ich sage, wo würden Sie das und das und das nachschlagen. Entweder Sie wissen es oder Sie schreiben hin, wo Sie es nachschlagen. Wenn das richtige Nachschlagewerk weiß, dann gilt das schon zu 90 Prozent als Antwort. So bereiten wir die Kinder auf die Zukunft vor. Wäre das was? Bei Sprachen will ich noch was sagen. Die ganze Birkenbill-Methode, also da ist ja Frau Hohlenstein dann ihr Ansprechpartner hier für die Schweiz. Wenn Sie Lieder nehmen, wenn Sie ein Lied dekodieren, also zum Beispiel Nationalhymnen. die meisten Leute haben keine Ahnung, wie Blut triefen die französische Marseillese ist, wenn die dann in Olympia da stehen und stolz die Marseillese hören, wenn sie jetzt wissen, was in jeder Zeile da gemeuchelt und gemordet wird. Die chinesische ist noch schlimmer. Wenn wir also zum Beispiel Nationalhymnen nehmen und wir dekodieren jedes Wort und wissen, was die tatsächlich da sagen, dann können wir hinterher zum Beispiel das Pseudodeutsche singen, das ist wahnsinnig lustig. Da muss man dann genau gucken, wie viele Silben, die Wortzahl, die Silbenzahl ist ja nicht identisch, dann muss man manchmal wie im Schlager ha, 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 nicht ein Wort, weil wir noch drei Silben haben oder umgekehrt die drei Silben da reinhauen. Wir singen das in Pseudoform zum Beispiel das Bessamimucho, wenn ich das so mache. Küss mich, küss mich viel, da, 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 hinterher weiß ich Bessamimucho, was ich da singe. Also wenn ich das im Pseudodeutsch singe und dann anschließend in der anderen Sprache singe, am Ende haben die das Lied vollkommen im Kopf mit allen grammatikalischen Wendungen etc. So macht Sprachenlernen Spaß und so bleibt sehr viel hängen. Ja, und dann könnte man natürlich auch mal rappen lassen. Also wenn sie jetzt mit einer englischen Gruppe zum Beispiel sich verzahnen und die Engländer rappen was über diesen was weiß ich Krieg, den sie gerade haben und sie rappen was für die, die Deutsch lernen, dass man sich da austauschen kann, dann hat man eben was wirklich zeitgenössisches. Das finden die viel geiler als den Text im Historiebuch. Dann kann man am Ende den Geschichtstext auch noch lesen und dann ist das meiste bereits vertraut und dann ist das ganz spannend. Okay? Ja. So, wo geht's weiter? Nicht alle auf einmal, das wird chaotisch. Ja, Sie kriegen ein Mikrofon. Ich hätte eine Frage zu Ihrem Q-Beispiel. Ja. Das ist von Richard Weismann, nicht von mir. Also das, was Sie heute gebracht haben. Ja. Ich habe jetzt bei mir, wenn ich das geschrieben habe, hatte ich das Q so geschrieben, dass ich zu dem dynamischen Typ gehören würde. Wenn ich aber Ihre Beispiele mir angeschaut habe oder die Interpretation, dann habe ich mich immer auf der anderen Seite wiedergefunden. Wie soll ich das verstehen? Also zwei Dinge sind hier wichtig. Erstens, es ist zum einen auch stimmungsabhängig. Man ist nicht in jedem Tag in derselben Stimmung, so dass, wenn Sie es öfter machen, kann es sein, dass Sie unterschiedliche Qs malen werden. Das andere ist, es gibt, sagen wir mal, 100 wichtige Aspekte in meinem Leben. Und die, die jetzt hier angesprochen worden sind, sind vielleicht gerade die 20, in denen Sie zufälligerweise mehr auf der Seite liegen, weil wir sind ja Mischtypen. Wir sind ja nicht hundertprozentig da oder da. Und dann kann es sein, dass Sie sagen, ich kenne mich ja eigentlich da drüben, weil das sind die klassischen Dinge, die in der Erziehung immer wieder vorkommen, wo sehr viele von uns darüber gedrückt worden sind. Aber Sie haben vielleicht doch noch genug freien Geist, dass die Chancen bestehen, dass Sie da gut rauskommen. Okay. Ich hätte gerne gewusst, wie ich der Lehrerin meiner Tochter beibringe, dass ich nicht wünsche, dass sie Grammatikregeln lernt. Das können Sie nicht. Das können Sie nicht. Das ist das Schlimme. Lehrer nehmen von Eltern in der Regel nichts an. Zum Beispiel Dr. Böhm ist ja unser Lehrerausbilder und der ist ja selber Lehrer gewesen und von dem akzeptieren Sie das. Oder in Österreich, die Frau Lackinger, die heute leider nicht da sein kann, die sonst jedes Jahr dabei war, die ist auch Lehrerin und von ihr akzeptieren Sie es auch. Die hat dafür gesorgt, dass an der PH in Österreich seit zwei, jetzt schon fast zweieinhalb Jahren, nach meinen Methoden ausgebildet wird. Und nächstes Jahr bin ich als Gastreferent dann selber bei denen in Wien und in Linz. Das heißt, suchen Sie sich einen Lehrer als Verbündeten. Von einem Lehrer akzeptiert ein Lehrer das dann eher als von einem Elternteil. Weil was wissen Sie denn schon, er hat doch in welcher Pädagogik studiert. Okay? Deswegen ist es sehr schwierig. Ja, ja. Nach ganz hinten, bitte. Jetzt habt ihr den längeren Weg genommen. Doch wieder zurück. Also doch von hier. Kann ich werden? Ja. Jetzt hat jemand anders das Mikrofon. Sekunde. Der Herr wartet immer noch, gell? Also er kriegt es anschließend. Jetzt. Ja. Ja. Mich interessiert, wie bei einem System wie Schule, das eigentlich von Männern gemacht wurde, wie da eine Schule für Mädchen entstehen konnte. Ja, das ist sehr interessant. Die Grundschule ist für Männer ja uninteressant. Am Gymnasium dominieren ja die Mannsbilder. Die Grundschule, Kindergartengrundschule, hat man den Frauen überlassen, weil man nicht begriffen hat, wie wichtig das ist. Zum Beispiel in Japan und in den skandinavischen Ländern verdient ein Grundschullehrer wesentlich mehr als ein Gymnasiallehrer. Weil er die Kinder dazu bringen muss, lernen zu lernen. Und wenn sie dann im Gymnasium sind, können sie sich weitgehend schon selber unterweisen, dann ist der Lehrer mehr Coach für die Lücken, die bleiben. Wir haben es noch umgekehrt in Deutschland, in der Schweiz ist es ähnlich. Das müsste sich noch ändern. Und da die Männer den Frauen die Grundschule ziemlich überlassen haben in Deutschland, viel eher als bei ihnen, aber bei ihnen hat er auch schon eingesetzt, der Prozess. Es sind dann zunehmend Frauen drin, die meinen es ja gut. Die können ja nur ihren eigenen Stil leben. Sie kennen ja keinen anderen zunächst. Wenn einem nicht klar ist, Männer und Frauen sind unterschiedlich und das ist eben nicht Polemik, sondern das ist wirklich, darüber reden wir eben nächstes Jahr nochmal ausführlich. Also so hat sich das entwickelt. Das hat damit zu tun, wie wertschätzen wir das. Wenn wir das wertschätzen, dann müssen wir eben gleichermaßen, Männer und Frauen, für diese Dinge zuständig sein. Wir sollten wirklich in vielen Fächern die Kinder trennen. In Sprache sollten wir sie trennen, weil sie völlig anders vorgehen, in Sprache, Sprachen, zumindest am Anfang. Wir sollten sie trennen in Rechnen, Mathematik, Naturwissenschaften. Wir brauchen sie nicht zu trennen in Sozialkunde, in Erdkunde, in Geschichte, in Musik. Brauchen wir sie nicht zu trennen. Sie müssen auch lernen, miteinander umzugehen und soziale Skills, also Social Skills, soziale Kompetenz zu erwerben. Aber in den Fächern, wo ihre Denke einfach völlig unterschiedlich ist. Es kann ein männlicher Lehrer, kann drei jungen Klassen unterrichten. Der geht in die eine rein und sagt, okay, das und das so und so, probiert das mal aus. Dann geht er in die nächste Klasse, gibt eine Anweisung, probiert das mal aus, geht in die dritte Klasse, gibt eine Anweisung, geht wieder in die erste, sagt irgendwelche Fragen. Der ist immer nur punktuell dabei und dann probieren die selber rum. Mädchen möchten vorher genau wissen, was auf sie zukommt, eh sie bereit sind, sich zu bewegen. Also muss die Lehrerin die ganze Zeit da sein. Außerdem brauchen Mädchen die Beziehung zur Lehrerin. Die Jungen brauchen das nicht. Die haben die Beziehung zu ihren Kameraden, die ist für sie viel wichtiger, als die zu der Lehrperson. Die Person von, die Person in der weißen Bluse, Sie haben sich gerade zurückgelehnt, können Sie sich wieder vorlehnen? Danke, sonst sehe ich die Dame hinter Ihnen nicht. Danke. Also, das ist der Grund. In dem Maße, in dem wir das wertschätzen und uns über diese Dinge bewusst sind, können wir jetzt dann andere Zeichen setzen. Ja, in Deutschland ist es ganz schlimm, wir haben in den Hauptschulen zum Teil nur noch Frauen. Das heißt, die Jungen sind umgeben von Weibern. In der Schule, wenn sie einkaufen gehen, die Kassiererin, wenn sie in ein Lokal gehen, die Bedienungen, die sind überall umgeben von Frauen. Die Männer verstecken sich ja in Firmen und gehen auf Geschäftsreise. Die sind ja unsichtbar. Also es ist katastrophal. Wie soll ein Junge denn eine Psyche ausbilden, eine männliche? Geht ja gar nicht. Ja. Der Herr kriegt jetzt eins. Ja. Ich als angehender Lehrer überlege mir, wie ich das Ganze überhaupt durchsetzen soll. Was für eine, oder als Lehrer dann, wie ich sagen soll, okay, ich wäre gern so hier neumodisch und würde das alles gern machen und sage einfach, okay, Grammatik, lass mal weg. Wir reden nur und machen Gedichte und Rollplays oder was auch immer. Also Sie haben ja zwei Möglichkeiten, das angehen. Zum einen können Sie auf Privatschulen gehen. Ja bitte, da ist man offen dafür. Zum anderen können Sie natürlich auch sehen, wenn Sie wohin kommen. Schauen Sie, die Max-Planck-Leute haben vor zwei, drei Jahren ein Summer Camp gemacht. Denen ist klar geworden, dass die Kinder in den Ferien am meisten verlieren, weil die Schubladen zu lange zu sind in den elf Kilometern. Das ist jetzt mein Denkbild, aber ist egal. Und dann haben Sie mit Theaterspielen angefangen. Sie haben auch ein bisschen Grammatik gemacht, eine Stunde jeden Tag, weil Sie noch nicht wussten, dass das unnötig wäre. Aber Sie haben Theater gespielt. Eine Migrantengruppe. Jetzt mussten die sich miteinander unterhalten, wer welche Rolle spielt, wie man das Ganze anlegen will, obwohl sie sich kaum verständigen konnten, aber sie mussten viel reden miteinander. Und den Theaterteil haben Sie auswendig lernen müssen, ihre Rolle. Im Theaterteil haben Sie hervorragendes Deutsch als Vorlage, das Sie ständig wiederholen, weil Sie die Rolle lernen. Im anderen Teil lernen Sie, sich eben kommunikativ auszutauschen, obwohl Ihnen das schwer gefallen ist. Und dann haben die Max-Planck-Leute nicht begriffen, warum die nach diesen sechs Wochen Summer School oder vier Wochen Summer School, warum die zum Teil einen Sprung gemacht haben von teilweise bis zu vier, fünf Schuljahren. Das konnten die überhaupt nicht fassen. Haben es also publiziert mit zweieinhalb Schuljahren, weil sie gedacht haben, das nimmt Ihnen eh keiner ab. So, Tatsache ist, dass ein Schüler im Unterricht zwischen 17 und 70 Sekunden sprechen darf. Und jetzt reden die hier den ganzen Tag. Es ist doch völlig klar, dass die einen gigantischen Sprung machen. Jetzt stellen Sie sich vor, wir machen das in der Schule und nicht nur im Summer Camp. Nachdem Max Planck eine wissenschaftliche Studie ist, steht im Internet, kann jeder finden, kann man natürlich mit solchen Sachen jetzt eher an einer neuen Schule sagen, Leute, wollen wir nicht davon was profitieren? Das ist ja jetzt geforscht worden hier in Deutschland, das ist in skandinavischen Ländern geforscht worden, können wir nicht neue Wege gehen. Das sehen Sie aber im Vorstellungsgespräch und wenn man offen ist dafür, gehen Sie in die Schule und wenn man zu ist, gehen Sie an eine andere. Sie haben ja noch die Wahl. Lassen Sie irgendwas nicht verbraten von einem System, von dem wir wissen, schauen Sie, was ich meiner Kanzlerin vorwerfe, ist, dass sie nach China geht und redet über Menschenrechte, ohne sich zu kümmern, wie wir die Menschenrechte in der Kinder mit Füßen treten in der Schule. Das ist die Entscheidung jedes Lehrers. Ob man nicht irgendwo die Last verringern kann. Weil ich überlege mir eben, dass eigentlich ja eine ganz normale Schule sozusagen das erste Umfeld wäre, um sowas dann zu versuchen durchzusetzen. Ja. Und nicht eben auf dann zu sagen, okay, ich will das so und so machen, dann gehe ich auf eine Privatschule, wo das Umfeld sowieso schon besteht im Prinzip. Wenn Sie eine finden, es passieren ja immer mehr Pilotmodelle. Ich meine, man begreift ja schon langsam, aber sicher, dass man aufwachen muss. Ich bin ja erst 38 Jahre am Würgen, nicht? Das ist ja immerhin lang genug gewesen. Das heißt, die Chancen, dass Sie heute eine Schule finden, die da mitspielt, dass man das als Pilotprojekt oder wie auch immer betituliert, dass man das mal zwei, drei Jahre ausprobieren kann. Nur die Deutschen, die machen ein Pilotprojekt nach dem anderen, ziehen keinerlei Konsequenzen aus ihnen und ziehen nichts in die Regelschule rüber. Das heißt, jede Regelschule hat die Möglichkeit, zu einer Pilotschule zu werden, aber es kann nicht verallgemeinert werden. Das ist wirklich unglaublich. Vielleicht sind Sie in der Schweiz da besser dran, weil Sie in jedem Kanton, glaube ich, ein bisschen mehr individuell was machen können. Also das müssen Sie sich überlegen, welchen Weg Sie gehen wollen, ob Sie eine Schule finden, die das kann. Deswegen gibt es ja immer mehr Montessori-Schulen. Das sind ja Elternvereinigte Schulen, die von den Eltern mitspielen, dass man das als Pilotprojekt oder wie auch immer betituliert, dass man das mal zwei, drei Jahre ausprobieren kann. Nur die Deutschen, die machen ein Pilotprojekt nach dem anderen, ziehen keinerlei Konsequenzen aus ihnen und ziehen nichts in die Regelschule rüber. Das heißt, jede Regelschule hat die Möglichkeit, zu einer Pilotschule zu werden, aber es kann nicht verallgemeinert werden. Das ist wirklich unglaublich. Vielleicht sind Sie in der Schweiz da besser dran, weil Sie in jedem Kanton, glaube ich, ein bisschen mehr individuell was machen können. Also das müssen Sie sich überlegen, welchen Weg Sie gehen wollen, ob Sie eine Schule finden, die das kann. Deswegen gibt es ja immer mehr Montessori-Schulen. Das sind ja elternvereinigte Schulen, die von den Eltern gegründet werden, die betroffen sind. Vielleicht, dass das auch ein Mittelweg wäre. Keine elitäre, teure Schule, aber es ist eine von Eltern, die was tun wollen für ihre Kinder. Danke. Und bitte noch etwas ganz Wichtiges. Sie können mit Nachhilfe sehr viel machen. Nehmen wir mal an, Sie haben Kinder in einem Schulsystem nach altem Stil und da ist irgendein Rektor, der nicht aufgeben will. Ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. So, wenn Sie zwei, drei Stunden am Nachmittag mit den Kindern in einem anderen Stil arbeiten können, über ein Semester hinweg. Kohn hat in seinem Buch Schools, Our Children and Deserve unter anderem Studien gehabt, die nachgewiesen haben, dass, wenn Kinder länger als ein halbes Jahr mit neueren, besseren Methoden konfrontiert worden sind, dass sie ihr Leben lang davon profitieren. Wenn Sie es aber nur drei, vier Wochen lang erlebt haben, dann nützt es nichts, dann verpufft das wieder. Aber wenn Sie das ein halbes Jahr erlebt haben, können Sie dann trotz schlechter Lehrer darum heißt ja das eine Buch trotzdem lernen, das andere trotzdem lehren, dass wir trotz des Systems uns durchkämpfen. Also auch im Sinne der Nachhilfe können Sie sehr viel bewirken, wenn Sie eine Schule hätten, die Sie nicht so lässt, wie Sie wollen, dann machen Sie einfach Ihr persönliches Nachhilfestudio dort auf und helfen den Kindern am Nachmittag, denselben Kindern, die dort versaut werden. Mikrofon in die erste Reihe vom hinteren Teil. Also wir haben eine kleine Diskrepanz. Letztes Jahr, als wir hier waren, haben Sie auch davon gesprochen, dass die Kinder Zeit brauchen zum Heranwachsen, einfach mal heranwachsen. und heute war die Sprache davon, mehr Zeit in der Schule zu verbringen und ich denke, für mich wäre das ganz wichtig, in was für einer Schule, weil in dieser Schule jetzt, also in unserer Regerschule, habe ich eher das Gefühl, lieber weniger Schule, weil meine Kinder oder ich sage jetzt mal viele Kinder, die bildungsnah sind, Anführungszeichen, da schnellen die Punkte in den Ferien hoch. Ja. Und ich denke einfach, die Idee, mehr Schule, da ist für mich einfach sehr wichtig, von was für einer Schule wir reden. Ja, ja, deswegen habe ich ja letztes Jahr auch über die Amish geredet und dass die eben weniger Schule machen, damit die Kinder auch heranwachsen können. dass mehr Schule, der heutige Teil, der betrieb sich mehr auf die Bildungsfernen, die zu Hause nichts geboten bekommen. Also wenn wir bessere Schule hätten und mehr Schule, dann würden die da mehr profitieren, als wenn sie zu Hause rumsitzen, wo gar nichts passiert. Was wir ja merken in den Ferien, wie sie absacken, wenn sie nur zu Hause sind. Die würden also von mehr Schule profitieren. Die Bildungsnäheren müssen nicht unbedingt mehr Schule haben, da haben sie völlig recht. Ja, ja. Es ist beides richtig, je nachdem, ja, genau. Wir hatten hier eine Meldung gehabt. Bloß noch kein Mikrofon. Ja. Hier da hinten, die erste Reihe im Balkon. Sie hat sich doch schon gemeldet, Mensch. Gleich. Können wir die Dame in weiß in der ersten Reihe im Balkon nehmen? Die hatte sich davor schon gemeldet gehabt. Dankeschön. Ich hoffe, ich kriege es hin, meine Frage klar zu formulieren, weil sie für mich selbst noch nicht so ganz klar ist. Probieren wir es mal. Ich habe in letzter Zeit einiges gelesen, so im Bereich, also Sie kennen vielleicht die Literatur The Secret, also so in der esoterischen Ecke vielleicht ein bisschen angesiedelt. Also das, was wir denken, prägt uns. Ja. Ich muss Sie jetzt bei dem Beispiel von der Frau Collins, die Sie uns ja so wunderschön hier präsentiert haben, vielen Dank nochmal, auch ganz speziell dafür. Ich finde das unglaublich beeindruckend. Da sieht man, sie hat damit gearbeitet. Also das ist ihr in Fleisch und Blut drinnen, dieses, was du von dir glaubst, das bist du. Also unser Denken prägt unser Leben und das, was wir sind, das, was wir denken. Ja. Jetzt meine Frage an Sie. Sie haben ja hier, also Sie beschreiben Sie beschäftigen sich mit knallharter naturwissenschaftlicher Forschung, also Gehirnforschung und auf der anderen Seite haben wir diese esoterisch, nenne ich mal, dieses flottierende überall irgendwo Wissen um dieses, ja, was wir denken, also die Macht unseres Denkens. Können Sie sagen, ob das wirklich schon zusammenfließt diese Tendenzen und wo? Ja, ja, ist schon zusammen. Ist schon zusammen. Wenn Sie das Buch einerseits Blink, das ist das letzte Buch gewesen von Malcolm Gladwell, er hat einige fantastische Experimente drin, zum anderen das Buch, Influencer ist noch nicht auf Deutsch da, oder doch? Im Herbst. Im Herbst. Heißt also noch Influencer, das klingt wie Influencer, hat aber keine Ahnung, ist nicht die Grippe, das sind die Menschen Beeinflusser von Patterson heißt er und fünf anderen, gell? Patterson plus andere. So, diese beiden Bücher, das kommt dann im Herbst auf Deutsch, haben sehr viele, wo sitzen sie? Experimente. Zum Beispiel, wir haben eine Gruppe von schwarzen Studenten, die einen Test machen werden und die bekommen einen Fragebogen vorher und den füllen sie aus und eine Hälfte hat in dem Fragebogen unter anderem drin, dass sie ankreuzen müssen ihre Rasse, also in dem Fall Afroamerican. So, die andere Gruppe hat das nicht drin. Oder wir haben eine Gruppe von Frauen vor einer Mathematikprüfung und eine Fragebogen und eine Hälfte muss vorher ankreuzen, dass sie weiblich ist und die andere Hälfte nicht. Oder wir haben Leute, die vor einer Prüfung stehen, das sind jetzt natürlich Tests, die prüfungsähnlich ablaufen, wo man schwierige Fragen aus Trivial Pursuit ihnen stellt, Wissensfragen, ähnlich wie Millionärsquiz. Und die einen sollen vorher, fünf Minuten vor dem Quiz, sollen sie überlegen, wie es wäre, ein Professor zu sein und sich ein paar Notizen dazu zu machen und die anderen sollen über Hooligans nachdenken, Fußball-Raudis und dazu Notizen machen. Die Auflösungen sind unglaublich, im ersten Fall, wenn ein Schwarzer ankreuzen muss, dass er schwarz ist, ist er um mindestens eine Note schlechter, als wenn er das nicht erinnert wird daran, dass er zu dieser Minderheit gehört, der man nichts zutraut. Wenn Frauen ankreuzen müssen, dass sie weiblich sind, dasselbe für die Matheaufgaben. Wenn ich an einen Professor denke, dann gehe ich quasi in höhere geistige Regionen, dann schneide ich wesentlich besser ab, auch mindestens eine Note. Können Sie weiterlaufen, Sie sind genau vor der Dame, mit der ich spreche, vielen Dank. Es ist ein bisschen eng, ich weiß. Sie müssen zu irgendeinem Zug oder was, gell? Alles Gute, vielen Dank. So, das heißt also, diese Dinge beeinflussen uns maßgeblich. Oder der John Barg, gell? Barg, John Barg, der hat phänomenale Experimente gemacht. Sie kommen in ein Zimmer, Sie kriegen ein Blatt Papier mit zehn Wortsalaten und sollen daraus Sätze bilden. Und in der einen Gruppe tauchen Wörter auf wie alt, müde, runzelig und so Zeug. In der anderen Gruppe tauchen Wörter auf, die vitalisierend wären. Und dann, wenn das Experiment fertig ist, sagt der Experimentleiter, wenn Sie bitte so lieb werden, den Zettel im ersten Stock abgeben, also zum Raum raus, den Gang entlang, den Lift und dann gleich erste Türe rechts neben dem Lift. Und in dem Moment, wo der die Tür aufmacht, gibt er ein Signal. Und neben dem Lift auf einer Bank sitzt einer angeblich Zeitung lesend und startet die Stoppuhr. Und dann misst man, wie lange der zum Lift braucht, bis er auf den Knopf drückt. Und man beobachtet die auch. Und die brauchen wesentlich länger, wenn sie alt und runzelig und den Scheiß hatten. Und sie gehen also mit hängendem Kopf und sinkenden, nicht, schlurfen sie dahin und die anderen gehen vitalisiert und so weiter dahin. Das heißt, was wir unmittelbar davor hatten, beeinflusst uns maßgeblich, weshalb jemand wie Collins, der ständig positiv beeinflusst, ständig eine positive, unmittelbare Vergangenheit schafft, aus der heraus wir jetzt schöpfen können. Es ist noch ein so bahnbrechendes Experiment. Ist egal, ist mir jetzt gerade... Also das heißt, was unmittelbar davor gewesen ist, beeinflusst mich sehr stark. Und ja, 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 das ist auch noch eins. Das steht beim Arieli drin. Das steht beim Arieli drin, glaube ich. Also, ich bin ziemlich sicher beim Arieli. Also, wir haben eine Gruppe, die einen Test macht, bei dem man bescheißen kann. Es ist also so eingerichtet, dass ein Teil der Gruppe bescheißen kann. Das sind in der Regel 30 Prozent, die das machen. Machen wir schnell zu Ende und dann sind sie weg. Dankeschön. Alles Gute. Und jetzt stellen wir die Aufgabe so, dass also ein Drittel kann bescheißen, ein Drittel kann nicht bescheißen und ein Drittel kann auch wieder bescheißen, aber anders. Ich vereinfache jetzt ganz stark. So, und dann lassen wir die Leute vorher aufschreiben. Die einen, an welche Romane erinnern sie sich, oder Bücher, die sie in der Highschool-Zeit gelesen haben und die anderen bitten wir, wie viele der zehn Gebote können sie rekonstruieren. So, und von denen mit den zehn Geboten hat nicht einer beschissen hinterher. Egal, ob sie auch nur eins rekonstruieren konnten. Das heißt, erinnert zu werden an höhere Werte bringt uns wieder in die höheren Homo sapiens. Das heißt, täglich einmal so ein Schwur auf das eigene Land und dass man also ehrlich sein will und so weiter, das bringt schon was. Also das sind alles Beeinflussungen, die heute wissenschaftlich erprobt sind, die die Esoterik schon lange behauptet hat. Der Buddhismus sagt dasselbe. Nicht wahr, du bist heute, was du gestern gedacht hast, wirst morgen sein, was du auf heute denkst. Also insoweit kann ich ja sagen. Aber, ich muss ein Aber dazu fügen. Wir dürfen nicht den Scheiß von der positiven Psychologie glauben, dass wir alleine für alles verantwortlich sind und mit dem richtigen Glauben wird alles unbedingt immer funktionieren. Verstehen Sie? Das kaufe ich nicht. Weil dann ist jeder, der einen Schicksalsschlag erleidet, auch noch Schuld dafür, dass er den Schicksalsschlag erlitt. Du hast nicht das Richtige geglaubt, sonst wäre dir das nicht passiert. Und diese Aussage ist nicht falsifizierbar. Okay? Beweis dann nur, dass er nicht richtig geglaubt hat. Den Teil müssen wir wegschmeißen. Aber den Teil, dass uns alles, was wir denken, beeinflussen wird, selbstverständlich. Also können wir dafür sorgen, dass wir öfter positive Dinge denken, weil uns die positiv und stark prägen und beeinflussen. Natürlich. Das ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen. Erste Reihe, ein Mikrofon. Also ich mache einen kleinen Wechsel, weil ich bin in der Erwachsenenbildung, also in einer Firma für die Ausbildung des Personals verantwortlich. Und ich habe dort zum Beispiel das große Problem, dass die Geschäftsleitung absolut der Meinung ist, dass ohne Zielvereinbarung und Bonus vor die Nase halten geht gar nichts. Also ich war schon fast beleidigt. Ich habe gesagt, ich will diesen Bonus nicht. Ich möchte einfach offen diskutieren können und es ist gut oder es ist nicht gut. Ich bin doch hier, um meine Arbeit zu leisten, aber es geht nicht. Muss man einfach haben. Und hier ist irgendwie dieses Denken ist extrem. Und da frage ich mich schon ein bisschen. Das sind die Fundamentalisten, wie Alfie Kohn sagt, nicht? Ja. Und das ist für mich ein bisschen die Frage. Man ist eigentlich so immer der Meinung, im Verkauf, das geht ja gar nicht, ohne Provision. Wie ist das denn dort bei Leuten im Verkauf? Doch, es geht. Es geht. Wir haben in dem Alfie Kohn-Buch Published by Rewards, das Fallbeispiel Marshall Industries. Die haben also umgestellt von totalem Incentive-System auf das Gegenteil. Im ersten Schritt haben sie alle Maßnahmen gekillt, bei denen die Mitarbeiter ständig miteinander im Wettbewerb sind. Das heißt, miteinander im Wettbewerb gegen den Kunden, wenn man so will, weil die Kundenbedürfnisse dann rausfallen. Im zweiten Schritt haben sie alle Manager-Boni gestrichen und im dritten alle Boni im Verkauf. und haben dann festgestellt, dass die Vertreter jetzt quasi sich kooperativ im Team miteinander abgestimmt haben, also für den Kunden auch, haben in sieben Jahren eine Verdreifachung des Umsatzes gehabt und Alfie Kohn hat nach sieben Jahren eben nachgefragt, was daraus geworden ist, als er sein Buch schrieb und da hat ihm der nicht nur gesagt, dass sie den Umsatz verdreifacht haben, sondern er hat gesagt, wenn wir so weitergemacht hätten, wären wir jetzt weg vom Fenster und derzeit ist ja eine Rezension in Amerika 1999 gewesen und er sagt, wir wären jetzt nicht mehr da und so waren sie nicht nur noch da, sie hatten keinen Mitarbeiter entlassen und den dreifachen Gewinn gemacht und ich habe die erste Firma kennengelernt, bei der Verkäufer nur ein Salär hatten und keinerlei Boni, sogenannte Baywar in Bayern, also über die Grenze, nicht weit, die verkaufen an den Bauern alles und kaufen vom Bauern alles, sie verkaufen ihm also das Saatgut und den Trecker und kaufen aber von ihm die Ernte, wenn der Bauer an sie verkaufen will, ist eine Genossenschaft und ich habe die Leute geschult, die unter anderem eben Landmaschinen verkaufen und das war unglaublich, ich habe also in der Pause auch geredet, das war die erste Gruppe, die ich kennengelernt habe, die keine Provisionen hatte und die haben gesagt, das ist so angenehm, ich kann mit dem Kunden richtig rauskriegen, was für ihn das Beste ist, ich versuche ihm nicht, den stärkeren Traktor zu verkaufen, damit meine Provision höher ist, ich kann hier langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, ich muss mich nicht genieren, wenn ich im nächsten Monat vorbeikomme, dass der sagt, ich habe doch den Traktor gar nicht gebraucht mit den Riesenreifen, was hat man denn den verkauft, der ist ja 1000 Mark teurer, hätte ich doch mit den kleineren Reifen meine Arbeit machen können, was soll denn der Scheiß? Das ist eben das, gerade bei der Finanzberatung auch, wo wir sehen, wo der auf seinen, ich habe jetzt 700.000 Euro Schulden, weil man mir einen Scheiß aufgeredet hat, der für mich überhaupt nicht geeignet war, der genauso schief gegangen ist, wie, dabei wollte ich nur Sicherheit, ich wollte keine 20% Gewinnmarche, ich wollte nur Sicherheit haben, man hat mir das als absolute Sicherheit verkauft, meine Alterssicherung ist das, 700.000 Euro Schulden, das ist meine Alterssicherung, weil man auf seine Provision, der Typ hat wahrscheinlich, haben wir jetzt ausgerechnet, 100.000 Mark damals gekriegt, hat mich beraten, war mein Steuerberater, muss ich dazu sagen, und habe bis heute keinerlei Schuldbewusstsein, ja, also das ist, es geht wirklich ohne, was anderes, was auch ganz wichtig ist, es spricht nichts dagegen, Gewinne auszuschütten für Leistung, das heißt, wenn die Firma gut gelaufen ist, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, zu sagen, Leute, wir haben prima Umsätze gemacht, und wir könnten 13 Monatsgehalt haben, oder es ist mehr Weihnachtsgeld drin, oder mehr Urlaubsgeld drin, das ist vollkommen okay, das ist was anderes, als zu sagen, du kriegst das nur, wenn du durch den Reifen springst, also gegen Ausschüttungen, und dass die von ihrer Leistung mehr haben, weil mehr reinkommt, und sie auch was davon kriegen, ist nichts einzuwenden, im Gegensatz zu, vorher die Prämie festlegen, und er versucht dringend die Prämie, weil dann ist er auf Lust, Geilheit, Gier, Schiene, und nicht im Cortex, wo er versucht, den Kunden optimal zu beraten. Also ich werde mal schauen, ob ich das mit der Geschäftsführung mal anschauen kann, aber ich nehme an, dass die Leute Englisch können, also wenn die Alphikon lesen würden, dann erklärt ja alles. Unauffällige Überschieben, ja, okay. Das ist so ein dickes Buch, damit können Sie die erschlagen. Unauffällig rüberschieben geht nicht. Und vielleicht noch für den Lehrerblock, ist noch meine Frage, vielleicht interessiert das andere auch, inwieweit ist das anwendbar, dann auch eben so für die, in der Erwachsenenbildung, oder geht es eher wirklich um Schule, Grundschule und solche Themen? Nein, es ist überall anwendbar, wo gelernt wird, und es gibt ja auch in der Erwachsenenbildung Systeme, die Noten verteilen und so weiter, weil die Leute aus Unfähigkeit oder Unwissen gar nicht wissen, dass es auch anders gegangen wäre. Also es ist für alle Bereiche wichtig, über die Dinge nachzudenken. Finde ich schon. Ich glaube, Sie wollen das Mikrofon, Sie kriegen es, gleich nach hinten durchreichen. Die Dame in schwarz-weiß. Ich habe eine Frage, Sie haben vorher vom klassischen... Das ist das Gehirn? Jawohl. Und dann reden wir auch vom Emotionen... Können Sie reinsprechen? Reden wir auch vom Emotionen, von der Intelligenz und anlernbarer Intelligenz. Man ist mit einer gewissen Artzahl von Angeborenen... Ich verstehe Sie nicht ganz so gut. Moment, Schwede. Ich kann ein Übersetzer sein. Ich verstehe manche Schweizer Leute schon, aber bei Ihnen ist ein Dialekt, der ist mir... How about English? Ach, Schwedisch. Ja, ja. English. Dann müssen Sie nachher mit ihr reden. Sie will nämlich nach Schweden ziehen, demnächst. No, no. I'm from Chicago. Oh, okay. Schwedisch. English. Ich habe jetzt Schwedisch begonnen. Okay. Okay. The question is, we're talking about... You can say it in English. Thank you. The question is, we're talking about brain plasticity and emotional intelligence is also, as well as learning, or you are born with a certain amount of intelligence. The question is, if you've had damage to your emotional intelligence and your... You don't have the best experience, can you... Is there also plasticity in the emotional intelligence, or is there... You just forget it. You go around. You know what I'm trying to say. There's the emotional part of learning, and there's also the realistic part of learning. And often you have blocks in learning due to whatever. Are those to be circumvented, or are those to be... Can you tell me what kind of block you're thinking about? I mean, you have something in your mind, something concrete. Correct. Can you mention what kind of a block you're talking about? Well, in general, I see youth that go through a system and with the examples that you're saying, and there seems to be long-term disabilities or inabilities. I'm not sure it's a disability. I make a difference between inability and disability. Seems to be an inability to get over certain shocks from learning experiences. Yes, okay. Sometimes, also manchmal, jetzt sage ich die Antwort auf Deutsch. Einverstanden? Sie fragt, inwieweit Schädigungen, die im emotionalen Bereich liegen, reparabel sind, nachdem wir wissen, dass andere im physischen Bereich reparabel sind. Taub-Effekt. Geht das auch im emotionalen Bereich? Da muss ich sagen, eindeutig jein. Es gibt einige, es gibt einige, die sind reparabel und andere, die sind nicht reparabel, zum Beispiel. Oder sie sind noch nicht reparabel. Man hat also in der Vergangenheit gesagt, wenn jemand zum Beispiel gezwungen ist, sagen wir mal, 50 Mal sich die Hände zu waschen, diese Zwangshandlungen, hat man gesagt, da kann man absolut nichts machen. Inzwischen gibt es Wege, dabei etwas zu machen. Oder Phantomschmerzen gelten als unheilbar. Es hat einer ein Bein verloren, hat Phantomschmerzen, gelten als unheilbar. Sind jetzt heilbar mit einem Spiegel. Das heißt, wir setzen ihn vor einen Spiegel und spiegeln ihm vor, er hätte das Organ, in dem die Phantomschmerzen sind. Okay? Und heilen jetzt sozusagen hier und beenden damit die unsagbare, unständig wiederholbare Kette, die eben diesen Kreislauf, der ständig diese Schmerzen wieder ausgelöst hat. Das heißt, was immer Sie für eine emotionale Blockade meinen. Müssten Sie im Internet schauen, was die neueste Forschung ist, da kann es sein, dass irgendwo man schon was weiß. Es gibt einen Autor, den haben wir, haben wir den Deutsch am Büchertisch? Der heißt Deutsch. Also er würde sich Deutsch sprechen. Ein amerikanischer Autor, das Buch heißt im Original The Brain That Changes Itself. Im Deutschen heißt es Neustart im Kopf. The Brain That Changes Itself. Dieser Mann, der ist ziemlich vorne dran in der Forschung und den könnten Sie kontaktieren und ihm die konkrete Frage stellen. Per E-Mail oder wie auch immer. Und der wüsste dann wahrscheinlich, wenn, wer was wissen täte. Und er beschreibt ein ganz, ich glaube Kapitel 3 oder 4, eine ganz wichtige Sache, dass Arrow, Arrow Smith glaube ich ist das Schlüsselwort, in Kanada, das war eine Frau, die ist einerseits stark behindert und andererseits hochbegabt. Sie ist beides. Durch ihre starke Behinderung wirkte sie minder bemittelt auf viele Leute und sie hatte also ganz bestimmte konkrete Probleme und war aber andererseits sehr begabt. Hat also irgendwie trotz der Behinderung es geschafft, und dann ein Zentrum eröffnet für Leute wie Sie. Und die haben spezielle Therapien für emotionale Blocks geschaffen, die sind bahnbrechend. Die sitzen in Kanada und ich glaube die Schule heißt Arrow Smith. Ich glaube mit Arrow Smith können Sie die googeln. Die sind in Kanada. Das wäre für Sie dann englischsprachig und so weiter. Haben ganz tolle Erfolge gehabt. Sie haben Leute also in einem halben Jahr um sechs bis sieben Jahre weitergebracht, die so emotional blockiert waren, dass man gemeint hat, sie könnten überhaupt nichts lernen. Also das ist die Frontie. Das ist die Lernfront, wo sie wirklich stattfindet zurzeit. Okay, ja. Wir müssen auf die Zeit achten, weil wir noch einen Block haben. Sind die, die anwesend sind, hat jemand noch eine Frage, der dringend weg muss? Sonst würde ich sagen, Viertelstunde Pause und wir gehen in den letzten Block. Du musst noch was sagen. Bevor wir in den letzten Block gehen, muss ich rasch auf die Bühne. Weil, ja, hört ihr mich gut. Weil verabschieden müssen wir dich ja jetzt eigentlich schon offiziell vor dem Lehrerteil. Ich habe vorhin schon relativ früh mit Dieter darüber gesprochen, wie es heute so war hier. Und wir haben keine Worte gefunden. Also wir sind wirklich beide sprachlos gewesen, was du uns von Anfang an an Neuem und an Spannendem gebracht hast. Ich habe dann doch noch versucht, drei Wörter zu finden, so im Nachhinein. Ein Wort ist fundiert. Ein genialer Background aus allen Bereichen extrem gut zusammengefasst. Ganz speziell auch kombiniert. Da kommt sonst fast niemand drauf. Anschaulich auch, die vielen Metaphern, wie wir es uns gewohnt sind. Es waren aber viele neue Metaphern auch. Und beeindruckend. In diesem Sinne hoffe ich natürlich auch, dass Sie beeindruckt sind, wie ich es auch bin. Und ich gratuliere dir natürlich zum neurologischen Beweis deiner Kükeli-Theorie. Viele Theorien von Vera F. Birkenbill wurden die letzten Jahre Aber inzwischen neurologisch, ja. Ja, wurden bewiesen. Viele Leute brauchen erst den Beweis. Es ist eigentlich viel einfacher. Man kann es einfach probieren und dann wird man merken, dass es einfach auch funktioniert. Es funktioniert einfach. Und es funktioniert einfach. Tun Sie es einfach. Gut. Ein großer... Applaus Ein großer Geist braucht Raum. Das ist aber, glaube ich, nicht ganz von mir. Das hat mir jemand anderes gesagt. Frau Birkenbill hat viele Kladden. Ihre Notizbücher sind ihre Kladden und ihre Basis für all die Vorbereitungen. Und ich bin mir... Ich mache auch viele Kavas. Ich war mir unschlüssig, ob ich hier so eine große kaufen soll. Sie ist ein bisschen unhandlich. Aber ich hoffe, dein Geist... Doch, für manche Sachen sehr schön, ja. Eben. Ich hoffe, dein Geist findet hier Raum für alle deine neuen Ideen. Das Analog Graffiti-Buch, das war so eine Kladde, die da reingekommen ist. Die 100 Abbildungen, die 100 Seiten. Dann passt das. Dann darf ich dir das schenken. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. beim Saal einrichten heute, damit alles so hoffentlich für sie reibungslos gelaufen ist. Also euch ganz, ganz herzlichen Dank. Und einen ganz speziellen Dank, das vergesse ich sonst jedes Jahr, vor allem noch an meine Frau. Sie hat das alles eigentlich zu 99 Prozent selber organisiert, vorbereitet. und es ist schön, wenn so viele Gäste kommen und es sich in dem Sinn auch lohnt, so einen Aufwand zu betreiben. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich danke dir für diese Riesenarbeit, mit der du uns ermöglicht hast, Vera wieder live hier zu haben. Dankeschön. 15 Minuten Pause. Einverstanden? Für die, die dann noch da sind. in den zweiten Reisen. für die dann, der den den? Vielen Dank.